Captain Bolo, jawollo an Mannschaft. Ich hoffe, entlübt nicht, meine Freunde im Barotrauma. Heute geht es tief hinaus, sag ich nur. U-Boot fahren ist wie Fliegen, nur tiefer. Das ist heute das Motto. Das machen wir heute. Gemeinsam mit der Chaos-Truppe. Das wird eine tolle Sache werden. Hier, sag mal hallo. Tut mal hallo, sagen ihr da. Winke. Mach mal Winke. Moin. Ich hab gerade gewunken. Ja, gut. Das passt ja. Mach mal Winke. Du hast gesagt, mach mal Winke. Ja, mach mal Winke. Barotrauma ist ein... Barotrauma habe ich auf jeden Fall schon, aber Barotrauma, das ist ein Spiel, bei dem wir gemeinsam in ein U-Boot gesteckt werden. Also eine wunderbare Kombination mit uns allen. Jeder übernimmt eine Aufgabe und da müssen wir es schaffen, eine Mission zu erledigen. Welche Mission das ist, das wird uns hinterher zufällig zugelost. Ich bin zum Beispiel ein Kapitän und muss das U-Boot steuern. Dann haben wir Ecke, der als Doktor nichts macht, also wie immer. Dann haben wir Sargen Divraldes, die dann anfängt mit den Waffen auf Gegner zu schießen, wenn wir die Beispielpreise sehen. Oder auf Freunde. Und wir haben Diplom-Ingenieur Rino, der den Titel leider auch im Internet ersteigert hat, aber ansonsten sich um die Mechanik hier bei uns an Bord kümmert. Wird also sehr interessant werden. Ja, Bollo hat hier eine gute Mannschaft. Ich habe hier direkt einen Bildungsauftrag. Barotrauma. Ich als Arzt muss natürlich hier erstmal aufklären. Aus einer bekannten Internet-Website darf ich verlesen. Ein Barotrauma. Druckverletzung. Ist eine Verletzung bzw. Läsion. Nicht gut. Die Durchänderung des Umgebungsdrucks und dessen Auswirkungen auf Luft- und Gasgefüllte Hohlräume. Vor allem bei unserem Team hier werden einige Hohlräume noch mit heißem Luft zu sein. Der Darm für Bollo, Jawollo, nach der Manta-Platte. Dementsprechend, ja, müssen wir mal gucken, ob wir alle mit einem Barotrauma herauskommen. Ja, damit alles hält, da ist der Diplom-Ingenieur Rino mit seinem Schlachtruf. Schraub, Schraub, Schraubenzieher-Einsatz. Schraub, Schraub, Schraubenzieher-Einsatz. Ja, da schraube ich. Gut. Hilfe, ich möchte wieder abgeholt werden. Das ist immer gut, wenn der Sergeant das sagt. Ihr müsst jetzt auch bereit zum Spielen drücken. Dann gehen wir in die Kampagne rein. Er steht bereit zum Start. Ich weiß nicht, soll ich jetzt auch bereit zum Spielen drücken? Das sehe ich nicht. Er hat ja keine schreckliche Anweisungen gemacht. Er hat gesprochen, sie werden hier geholt. Wir arbeiten nur nach Vorschrift, okay? Ja, ich soll auch bereit auf Spielen drücken. Bereit zum Start. Bereit zum Start. Ach so, er sagt da doch. Start. Ich bin so gespannt. Boah, wir werden so untergehen. Was ist denn das Wort? Ja, wir werden so untergehen. Wir sind schon untergegangen, wenn wir das Spiel starten. Wir sind irgendwo in Europa. Das ist eine gute Voraussetzung, dass wir untergegangen sind. Wir haben jetzt schon ein Achievement. Wir haben es durchgespielt. Wir haben es durchgespielt. Anfang des 21. Jahrhunderts wurde ein riesiges Meer unter der eisigen, verstrahlten Oberfläche des Jupiter-Mondes Europa entdeckt, in dem mikrobiologisches Leben existiert. Okay, ich bin ganz ehrlich. Ich dachte, Europa ist tatsächlich der Kontinent Europa. Ich habe gesagt auch. Nach dieser Entdeckung hat es nicht lange gedauert, bis die ersten bemannten Missionen auf Europa landeten und feststellten, dass das Meer nicht nur mikrobiologisches Leben birgt, sondern auch eine vielfältige lebensfeindliche Unterwasserfauna. Neben der Fauna mussten die Forscher auch die gefährliche Strahlung des Jupiters, die extreme Kälte und den enormen Druck im Ozean von Europa überstehen. Drücken. Das war eine sehr gute Anweisung. Jetzt darf einer von euch. Trotz aller Widrigkeiten gelang es, den irdischen Siedlern eine Handvoll bewohnbarer Außenposten zu gründen, in denen sich über viele Jahrzehnte eine neue Lebensweise herausbildete. Eine Koalition der größten und mächtigsten Städte des Mondes erschuf ein neues Regierungssystem. Mit den Jahren entfremdete sich die Gesellschaft auf Europa immer mehr von der Erde. Vor 50 Jahren brach der Kontakt vollständig ab und seitdem sind keine Versorgungsschiffe mehr angekommen. Käpt'n, darf ich drücken? Äh, ja drücken. Iwraldes, du darfst lesen. Na toll, der letzte Text. Unterwasserfahrzeuge, Unterwasser-Seefahrten spielen in dieser neuen Gesellschaft eine Schlüsselrolle. Sie kundschaften neue bewohnbare Orte aus, schützen die Bewohner vor Angriffen der Kreaturen und bauen Versorgungslinien zwischen den einzelnen Stationen auf, während die Menschheit immer tiefer vorstößt, um der tödlichen Strahlung des Jupiters zu entgehen. Das Leben des Besatzungsmitglieds an Bord eines U-Boots ist zwar erträglich, aber auch gefährlich und oft kurz. Du hast dich entschlossen, die Herausforderung anzunehmen und deine eigene Besatzung anzuheuern. Mit deinem neugekauften Dugong im Dock. Ist das richtig? Dugong im Dock, ja. Ja, so heißt das Wort. Der Dugong im Dock ist natürlich auch eine andere Sache für der Penis in der Unterhose. Das ist das. Big D auch genannt. Der Dugong im Dock. Dugong im Dock. Von Außenposten. Jo, cool. Hast du nun die Möglichkeit, die Ozeane Europas zu erforschen, die Kolonien zu erweitern und diesen Ort zu gestalten, wie du willst. Drücken. Drücken, naja, Ketten. Ich bin da. Hör ich ab 8. Guten Tag. Alles schön auf mein Kommando. Unterhosen frei. Erstmal, wenn mir ein Kaffee bitte als Ritual annehmen, wenn man sich über den Weg läuft, dass man Deep Dive macht. Erstmal, wupp. Ich habe mich so verletzt. So, wer ist denn hier, Colmans? Sehr schwer, Stattin. Warum gibt es denn hier Imbissautomaten? Wo ist die Brücke? Ich bin der Kapitän. Wo ist die Brücke? Ja, oben links, oder? Kann ich irgendwie meine Perücke hier absetzen? Ja. So, ich möchte euch bitte jetzt einmal meine wunderschöne Frisur zeigen. Wollo, jawollo, mein Name. Ich hoffe, Ihnen geht es gut. So sehe ich aus. Da die sind. Hier wird doch irgendwo, warte mal. Arzneimittelhändler, Außenpostenarzt, Chefmechaniker. Er kann Verräter eine Besatzung geben. Wenn der Verräter sein Ziel erfolgreich erreicht, kann er teile der Missionsbelohnung. Okay. Wo gibt es meine Waffen? Wo habt ihr eure Kamera hingepackt? Ich habe die unten links jetzt hingepackt, weil da nur das Lok ist. Unten links und euch drei oben in die Mitte. Oben in die Mitte, ja, das ändert euch jetzt auch mal im Kurzweil, sonst verdeckt. Ich glaube, ich mal Inventar mit euch, ne? Es ist jetzt das erste Mal, dass ich hier drin bin. Oh, ich gebe es einen Händler, ich kann Geld ausgeben. Aber ich glaube, oben rechts verdeckt man auch nichts Wichtiges, ne? Da ist ein paar Missions... Haben wir Geld? Nein, wir haben persönliches Geld. Null. Okay. Ich finde die Brücke nicht. Das ist ein Du-Problem. Personalmanager. Ach, da oben sitze ich, okay. Ich finde meine Waffen nicht, das ist ein größeres Problem. Ich habe einen Schraubenschlüssel. Hä? Wo nehmen wir denn Missionen an? Sarge-D-Waldes! Also irgendwie, irgendwie ist das, das wurde einem jetzt noch nicht im Tutorial gesagt, ne? Was denn, wo die Brücke ist? Was wir Missionen annehmen? Was unsere Mission ist, eine Kampagne hier. Gute Kampagne, fängt an, sagt einem nichts. Da muss ich auch, muss ich was essen hier? Ach, wir sind noch in der Station, wir sind gar nicht im Schiff. Also, das ist die Station noch? Ja, wir müssen also raus hier. Ich habe Geld gesucht, Waffen. Okay, warte. Oh Mann, ich habe... Alles an Deck! Ja, warum wirst du hin? Darunter, da oben? Ich würde ganz nach unten gehen. Ach, da steht Mission, Europa-Koalition, Kraftheilung, Schwierigkeit 0%. Du hast auf 0% gestellt die Schwierigkeit. Nein, die wird adaptiv erhöht durch die Kampagne. Ah. Also, nimm da irgendeiner die Mission an. Ups, ich bewege mich schon mal hoffentlich. Ich habe keine... Aua! Ecke! Gibt es hier irgendjemand aus dem Chat, der das schon gespielt hat, der weiß, wo ich hin muss? Ich bin runtergefallen. Wo bist du denn? Also, ich bin runtergefallen. Warte mal. Ich habe auch kein medizinisch, ich habe medizinischen Kram. Ich habe ein stumpfes Trauma in meinem rechten Bein. Ein kleiner Blutagguss. Okay, wo bist du denn runtergefallen? Die Leiter. Es gibt mehrere Leitern hier. Wo seid ihr denn? Sehe ich das nicht? Seht euch mal vor. Wo seid ihr denn hingegangen? Ihr seid alle weg. Ach, da sehe ich jemanden gehen. Spanisch laufen. Bei Snack-Automaten. Ich werde verprügelt. Was? Ich werde verprügelt. Hast du was geklaut? Die nächste Mission, die wir machen müssen, ist... Au. Weiß ich nicht. Hierhin? Start. Ich bin tot. Bist du bei euch auf dem Menü aufgegangen? Status okay. Warte, bist du wirklich gestorben? Ich weiß es gerade nicht. Also, ich bin zum Boden gegangen. Wenn du wirklich gestorben bist, dann haben wir unseren ersten Sieger für heute. Nee, sie lebt noch. Sie ist nur K.O. gegangen. Sie kotzt noch für... Ey, wer kotzt denn hier auf meine Brücke? Sag mal, spielst du da was? Du hast mich gerade auf den Boden gekotzt. Und es könnte sein, dass ich vielleicht einen Plasmaschneider mitgehen lassen habe. Über dich packe ich mir erst mal. Du kommst jetzt mit. Ja, du... Oh Gott, sie hat mich angekotzt. Sie hat mich angekotzt. Was ist das denn? Sie hat mich angekotzt. Ich gehe es nicht gut. Jetzt ist es wohl nicht wahr. Ich gehe es nicht gut. Käpt'n an Maschinendeck, bitte einmal den Reaktor anmachen. Wir haben hier kein Licht. Geh bitte weg. Du konntest uns wieder an. Geh weg. Ich habe ein Zombie hier. Ist mir egal. Reaktor wurde gestartet. Ja, ich komme rum. Ich komme rum. Ich regle das. Käpt'n. Geh weg. Reaktor fährt hoch, Kapitän. Meuterei. Die Zuschauer hat mit helfen. Meine Hände sind gefesselt. Ich kann nichts machen. Wie deine Hände sind gefesselt. Ich habe die nur zweimal Kopf geschossen. Was? Wir brauchen Arzt. Ich blute. Du kommst jetzt, bitte. Ich habe nicht. Wo muss ich denn hin? Strategie-Ecke. Ich blute. Du kannst jetzt was machen. Wo seid ihr denn? Ich habe eine offene Wunde. Ich habe vielleicht zweimal in ihre Hirnplatte reingeschossen. Hast du? Wir haben die... Rate, ich gebe dir ein Befehl. Notfall, Notfall, Notfall. Blaulicht, Blaulicht. Heilen und retten. Dr. Ecke, rette alle, die in Not sind. Du kriegst unbedingt meine Befehle. Sie nicht. Ihr müsst meine Befehle befolgen. Die werden nun ganz klein. Ecke, dreh dich mal um in die andere Richtung, Mann. Du Halskopf. Hier. Es ist doch genau die richtige Richtung. Sie ist tot. Nein. Wo seid ihr denn? Ich habe den Reaktor nicht, glaube ich, dass man das als Arzt so macht. Warum bin ich denn schon wieder woanders? Boah, das war aber auch wirklich, da wäre die Wette schon fast vorbei gewesen, ne? Oh mein Gott. Bleiben Sie mal, bleiben Sie mal stehen, junge Dame. Ich drücke Ihnen mal ein bisschen Morphium rein, ne? Ja, bitte. Also, ich habe eine Schusswunde. Ich habe ein stumpfes Trauma. Ach, du bist ein bisschen unbegefallen. Herr Kapitän, warum haben Sie unseren Sargent ins Gesicht geschossen, hä? Stellen Sie mich mal nicht in Frage, ja? Sie junger Hüpfer. Ich habe charmante Platte gegessen, da war sie noch feuchter Trauben an der Schaufester Scheibe. Ich habe immer noch eine Schusswunde. Wie der Tod sehlt. Natürlich würde er erzählen. Sie hat sich ja selber fangen lassen. Also, mehr verarzten kann ich sie nicht mehr. Ich finde, ich finde, ich bin der Kapitän. Ich bin der Kapitän. Vorsichtig. Kann jetzt mal hier der Ingenieur bitte den Befehl durchführen, Reaktor an? Der ist doch schon längst an. Ach so. Wir haben Strom, Herr Kapitän. Ja, wir haben schon längst Strom. Da habe ich doch ganze Zeit gerufen, ich weiß nicht mal, wo ihr seid. So, dann fahre ich los. Ach, da sei der ja. Schönen guten Tag. Jetzt haben wir ihn hier. Der Kapitän, ich verneige mich vor Ihnen. Oh, ich habe ein Geschütz. Hier sind die Geschütz. Hier ist die Geschützstation. Ja, das sind meine. Geh da weg. Ja, ich wollte nur, ich mich mit dem Schiff vertraub machen als Arzt. Weg da. Ich fahre. Wo fahren wir denn hin, Herr Kapitän? Wo geht es hin? Das ist nur ausgerufen. Akta, 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 Akta. Was machen wir da? Es gibt einen Missionsgeber in der Station. Moment, vielleicht haben wir Donner... Doch, wir haben die Mission gestartet, deswegen müssen wir da hinfahren. Kapitän, ist irgendwas kaputt? Kann ich irgendwas tun? Ich habe nichts zu tun. Der Kapitän, hallo. Gehen Sie doch mal durch dein U-Boot durch oder bin ich Ihr Vater? Der Kapitän ist wie ein Vater für mich. Auch so liebevoll? Liebevoller. Ah, er ist Schweißgerät, erst mal eben. Krieg ich meine Schusswaffe? An der Brechstange nehme ich auch nochmal mit. Gott! Oh Gott! Volle Kraft zurück! Ey, volle Kraft! Da sollte vielleicht jemand an meinem Reaktor bleiben. Du hast das Tutorial gemacht, Rido! Oh Gott! Vorbereiten für Impact! Vorbereiten für Impact! Um Gottes willen! Ja, der Kapitän hat nochmal den Tag gerettet. In letzter Sekunde vor dem Stein noch stehen geblieben. Und das soll ich am Reaktor. Ich gebe dir gleich den Strom aus, der Kapitän, wenn sie weiter so blöd sind. Ja, sicher, du musst am Reaktor mitreagieren. Automatisch ist der zu langsam. Ah, der Plattverstöger zerstört Sachen. So, dann gehe ich mal manuelle Steuerung. Wir haben keine Mission. Alter, da müssen wir nochmal zusammen. Ja, okay, Strom ja. Was ist denn los? Vorsichtig! Machst du bitte wieder den Strom an? Ich bin im grünen Bereich. Spalt, Draht und Turbinenleistung sind im grünen Bereich. Ich kann nichts dafür. Warte mal, dass sie die Leistung nicht genügen. Ich fahre mal die Leistung hoch. Wir knallen jetzt gleich in den Ast. In den Ast. In den Ast. Das wird ja nicht so schlimm sein. Wir haben keinen Strom. Sehr guter Ingenieur. Es ist auf Grün. Ich glaube, hier ist Wasser im Boot. Ja, unten ist Wasser im Boot. Dann Leck warten. Warte mal, Leck stopfen. Warum muss ich denn jetzt alles machen? Ich schalte euch gleich wieder das Motorchen aus. Hier, automatische Steuerung. Ich gehe raus. Wo ist denn ein Leck? Ich habe mein Schweißgerät dabei. Habt ihr eure Schweißgeräte? Wir haben keinen Strom. Der Reaktor ist an. Wo muss ich denn hin, Herr Kapitän? Wo ist das Leck? Ich weiß es nicht. Das muss der Kapitän sehen. Das ist deine Aufgabe. Nein, ich bin überfordert. Ich bin nur... Ich weiß nicht. Ich muss nur das Leck stopfen. Man muss mal, wie wir schon sagen, wo es ist. Äh, hier hinten. Komm mal ganz ruhig. Wo bist du denn? Bist du unten im Schiff? Herr Ecke. Wenn du hier runter gehst, da ist Wasser. Alles klar. Dann hol ich mir mal einen Taucheranz. Wo ist denn meine Maske? Äh, Maske hätte ich... Hier sind Taucheranzüge. So, Tauchermaske habe ich an. Ich fahre aber zurück. Da müsste irgendwo Missionsgeber sein. So. Was ist das denn hier? Kann das sein? Der Chat wirft es mal gerade ein. Ja. Hier ist doch alles in Ordnung, Ecke. Ecke, du hast die Ballasttanks gefunden. Die sind normal in einem U-Boot. Aber dann ist der Ballasttank hier. Ja. Das ist ne Pumpe. Ne, ist ne Pumpe. Ja, weil das Ballasttanks sind. Die haben Pumpen dran. Ja, Mann, sie haben ein stumpfes Trauma. Das verarzt ich mal. Warte mal, was brauche ich denn für einen verarztenen des stumpfen Traumas, hä? Ist denn hier? Was ist denn hier? Oh, ich kann euch ne Überdosis von Anaparalysator, Anaparalysator geben. Dann, dann, dann habt ihr Halluzinationen. Nur Voltaren, Ecke. Nur Voltaren. So, muss ich denn an der Pumpe was machen? Wann gehen wir denn jetzt nicht nach oben? Ich weiß nicht, was ihr hier macht. Also, was ist so? Ich bin hier an den Waffen, hier ist nix los. Alles entspannt. Ist das Chaos in dem Spiel normal? Zu Anfang, ja. Bis jeder seine Rolle gefunden hat. Und, äh, Kobi haben halt das Tutorial gespielt. Aber, jetzt weiß noch keiner, was er machen soll. Ich muss einfach nur abwehren und schießen. Wasser raus, Herr Kapitän! Warum pumpt der denn schon wieder voll? Ups. Jawolle, wolle, was machen wir? Ups, holler. Ich fahr' grad unser U-Boot. Haben wir wieder Licht? Warum wird dem Ingenieur nicht bedankt? Wir knallen sonst in den Stein rein. Wir sind direkt am Stein dran. Ey! Ich bin der Einzige am Schiff mit der Pistole. Ich wollte es nur angemerkt haben. Das ist nicht korrekt. Ich mach' denn die blöde Taschen aber wieder aus. Yvraldes? Ich hab' ja so... Ich schweiß' ihn mal zum Ende hier. Ecke? Ecke? Ja? Wir brauchen mal kurz eine Hilfe. Wir müssen reanimiert werden. Wollterei! Hab' ich gesehen. Wir brauchen einen Sanitäter. Und zwar schnell. Schnell? Ja. Der Charakter, den du gesteuert hast, ist Bewusstsein verloren. Du kannst entweder warten, bis ein anderes Besatznis mitgliedig gehalten hat, oder den Button über den oberen Bildschirmrand aufgeben. Wo liegt der denn? Ja, hier! Was machst der denn? Yvraldes hat genauso mitgemacht und ich werde erschossen. Das ist hier schon wieder Teamarbeit, ne? Oh nein! Wie konnte das denn nur passieren? Das ist erschrecklich. Sauerstoffknappheit. Du musst auf reanimieren klicken. Das ist links. Klick einfach auf reanimieren. Aha! Pump! Pump, Ecke! Pump! Ey, das sieht total falsch aus. Ich hab' nämlich nur so'n Schatten drauf. Weißt du, wie? Das sieht bei mir gerade echt falsch aus, was du da machst. Warum hast du eine Maske auf? Ja, Pump schon! Wenn du an den Reaktor unten drangehen könntest, um die plötzlichen Änderungen, die wir dann im Kurs haben, abzufangen, das wäre super. Das muss er leben. Wenn du weniger Gas geben würdest, das musst du... Was macht der da? Ja, der... Ich versuche, den hier zu überlegen. Jetzt. Das ist aber sehr sexuell. Gut, wenn's hilft. Die Runde ist zu Ende. Das hat man überlebt. Ich bin nur bewusstlos. Ich bin nur bewusstlos. Nein, du hast es überlebt. So, ich will jetzt eine Mission annehmen. Was ist das denn hier? Das ist super denn hingefahren. Zu anderen Posten. Wir gehen jetzt Waffen kaufen. Wir sind noch bei demselben Posten. Es gibt aber Missionsgeber. Ecke, ich sehe einen Snack-Automaten. Ich sehe einen BL-Poster und... Nein, 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 nein. Ah, hier, ich hab dich gefunden. Bitte mach genau weiter. Machen Sie bitte genau weiter damit. Oh, das sieht... Alter, weißt du, dass ich... Weil ich einen Trauma habe, nur so Schattierung und Unschar... Das sieht total falsch aus, Ecke! Was machst du da in meinem Kopf? Alter! Oh, Ecke. Mach weiter. Ecke, du bist genauso ein guter Healer wie Entschrouded, sehe ich schon. Ja, ich geb mein Bestes. Was tust du? Hey, hey, hey. Vertrau doch, Ecke, einfach mal. Das Ding ist, ich hab keine Ahnung vom U-Boot, muss ich halt jetzt... Es ist jetzt die richtige Zeit, um mal zu sagen, ich hab keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ist das grad medizinisches Teabagging? Ja, so sieht das aus. So, du hast auch Schuss... Wieso hast du auch einen Schuss von dir im Kopf? Könnt ich mal aufholen, euch gegenseitig Headers zu geben? Verdammte Scheiße! Hey! Ähm, Ranger, falls du zurückkommst, mir ist dann, ob sie passiert. Wo? Wo, du bist ja nicht im U-Boot. Bleiben Sie mal kurz stehen, ja, Mann. Du bist unten gerade gewesen im U-Boot. Wir sind nicht im U-Boot, wir sind hier im, äh... In der Station. Ja. Vielleicht steigt das Wasser hier nach und nach gerade. So, ich drück dir nochmal ein bisschen Morphium rein. Wo steigt das Wasser? Dadurch werde ich süchtig. Ja, schön. Mach die Tür wieder zu! Könnte sein, dass du eine leichte UPA-Abhängigkeit bekommen hast? Das ist okay. Jetzt hier wieder hoch. Aber ich glaube... Eine Gesamtkarte gibt es nicht, ne? Ich glaube, dass das passt hier. Ich habe Blutverlust. Ich könnte den Verband vielleicht gebrauchen. Ich habe zugemacht. Du hast... Nee, da kann ich nichts mehr handeln. So, ist nur leicht. Das ist nur leicht. Der Kratzer kann man ignorieren. Das ist egal. Oh, sehr gut. Was haben Sie gemacht, dort ein Sergeant? Sind wir wieder im Außenposten? Sie haben 14% Organschäden. Lassen Sie mal stehen. Sie sind hier... Sie sind jetzt... Sie werden auch mal hier verarzt. Ich drücke Ihnen mal nochmal Opium rein, ne? Herr Kapitän, ich hätte gerne eine Mission. Kapitän ist beschäftigt. Sie sind wieder entlassen. Danke, Herr. Der Kapitän sieht genauso verwirrt aus, wie ich denke, dass er aussehen sollte. Ich finde, Ecke macht das sehr gut. Muss ich mal anmerken. Oh, warte mal, sind die sauerstofftanks? Ich glaube, du flutest gerade unser U-Boot, Iwraldes. Ich höre hier Wasser. Seid ihr auf dem U-Boot? Ich bin auf dem Außenposten. Ich bin schon lange nicht mehr da. Wir sind alle nicht auf dem U-Boot. Iwraldes hat doch gerade gesagt, sie ist nach unten gegangen und hat da was geflügt. Ich bin jetzt mal wieder hoch. Der Ecke ist der Einzige, der weiß, wer hat den Reaktor am Anfang eingeschaltet, ha? Du? Ja, weil mir wird gesagt, dass der Ecke der Einzige zu sein scheint, der weiß, was er tut. Ja, weil Ecke hat uns geheilt. Ich hätte den Reaktor eingeschalten, oder wie? Ja, ich habe eine Melone getragen. Sechs Brennstäbe. Hier ist der Tauchermaske beim Reaktor. Der Reaktor sieht doch gut aus. Ne, was sieht das denn hier? Turbis Leistung? Wie kriegt man denn die Mission? Seid ihr auf dem U-Boot? Nein. Ich bin dann auf dem U-Boot, ja. Lass uns mal eine Mission suchen, dann können wir zum U-Boot zurückgehen. Aber ich weiß nicht, wo man die Mission hier drin suchen kann. Gibt es denn hier irgendwelche Menschen, die Ahnung von dem Spiel haben? Weil das war nicht im Tutorial drin. Gibt es denn irgendwie eine Karte von dem Spiel? Ach, da unten ist U-Boot. Okay, ich muss irgendwo... Die Karten sind, also das sind ja individuell prozedural generierte. Von der Station wäre halt gut, wenn man da irgendwas sehen könnte. Exakt, das meinte ich gerade. Ich würde gerne wissen, wie ich zum U-Boot komme. Äh... Määh... Könnte sein, dass der Reaktor brennt. Ähm... Gut, das Ecke der Einzige ist, der weiß, was er tut. Du bist der Einzige auf... Eine flutet, das U-Boot, der nächste verbrennt. Oh mein Gott. Was mache ich denn jetzt? Wie setzt sich den ein? Du musst den runterfahren. Du kannst mein Wasser nehmen und löschen. Manuell und runterfahren. Und wie komme ich denn zum U-Boot? Ist das das U-Boot? Weiß ich nicht. Ja, ich habe das im Griff. Ich habe das im Griff. Ich habe das im Griff. Das sieht aus wie ein U-Boot. Ja, das ist das U-Boot. Ich bin auf dem U-Boot. Ecke, ich komme schon. Dann mal ganz kurz. Ranger, Olli ist jetzt da. Ja. Anna hat mich gerade was gefragt und ich kann nur antworten mit, es ist halt Barotrauma. Man weiß nichts. Aber irgendeiner hat mich dafür sorgen, dass das U-Boot untergeht. Das machen die gerade. Das ist meine Erfahrung mit Barotrauma. So kenne ich das. Das Feuer ist gelöscht. Der Reaktor brennt nicht mehr. Alles gut. Der Reaktor brennt nicht mehr, sehr gut. Aber wo kriegen wir die Mission her? Wo kriegen wir die denn her? Das ist eure Aufgabe, Captain. Ich halte das Schiff entstand. Warum hältst du das Schiff entstand? Du bist der Arzt. Ich bin aber auch Mechaniker. Das ist wohl... Ich habe zufälligerweise einen Abschluss. Das Schiff ist auch ein Mitglied dieses Teams. Das wird auch verarztet. Ein Abschluss in Medizin und in Diplomingenieurwesen. Ich habe den gerade vom Stuhl runtergeschubst. Das sollte es nicht sein. Das sind Taucheranzüge. Ich habe noch die Brennstäbe in dem Inventar. Ich muss die noch zurücklegen. Da ist der Feuerlöscher. Das ist natürlich gut zu wissen. Ja, unten ist auch einer. Ist das Dark Souls der U-Boot-Spiele oder was ist das hier? Wie viele U-Boot-Spiele hast du schon gespielt? Kennst du nicht von früher die Silent-Hunter-Reihe? Oder wie die hieß? Ja, den Arme sagt mir was. Das ist ein U-Boot. Das ist ein Spiel, wo man U-Boot ist. Ja, also das war ja mein U-Boot. Wer ist mein U-Boot? Ein Teil vom Schiff, Teil der Crew. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo ich hier die Mission einhabe. Ein Teil der Crew. Ich muss nicht wohnen und außenposten verlassen. Du könntest nicht eine Mission wählen, ist die Sache. Du musst zuerst zielen, indem du die Maus rechts gedrückt hältst. Ah, okay. Hier musst du noch. Wir haben keine Munition im Munitionslager. Da gibt es hier einfach noch keine Mission. Hier steht keine Mission. Was war das? Wie habe ich das nicht jetzt gemacht? Ich habe irgendeine Map geöffnet. Keine Missionen. Mission 0 von 2. Kalthöhlen. Außenposten. Agandell hat zwei Missionen. 0 von 2 haben wir. No, heute können wir auch nicht klingen. Also wir müssen irgendwo auf der Außenstation irgendjemand anquatschen, der uns eine Mission geben kann. Ja, aber wer? Da gäbe es einen Händler. Ach da, der Personalmanager ganz oben. Der außerhalb der Karte ist. Mach mal, ich kletter mal zu dem hoch. Dankeschön, Matze. Ist auch besser, je weiter oben. Wir sind umso weniger bevordrohlich ist das mit dem Wasser. Schmerzen nicht. Herr, ich habe Organschäden, Herr Ecke. Ach, wie kriegen wir noch mehr Besatzungsmitglieder? Ich weiß nicht, wieso. Ich habe Übelkeit und Organschäden. Ich bin mal ganz kurz zwei Minuten weg, man gleich wäre da. Ja. Ich sehe schon, ey. Sie hören sich nicht gut an. Da kann ich nichts machen. Dann müssen Sie selber aushalten. Mehr Opium kann ich Ihnen auch nicht geben. Sie sind schon abhängig. Geri Tascobar. Ich kotze dann mal eben. Warum kotze ich? Nicht hier. Gehen Sie raus aus meiner Station. Das sagt der Arzt zu mir, weißt du? Mir geht es schlecht. Ich übergebe mich. Gehen Sie sich. Gehen Sie weg. Gehen Sie weg. Schlafen Sie sich aus. Das geht schon wieder weg. Das ist der Entzug. Alter, du hast mir doch noch eine Spritze gegeben. Ja, es könnten zwei gewesen sein. Outpost Seek and Talks to MPs. Ich bin ab und zu. Ich bin in Füße. What's at of the Sop. Das ist dein. Ich putze nur Ihr Archiv. Ich mache es sauber. Ich schieße Sie ab. Ich habe nur sauber gemacht. Geht mal durch die Station und such mal NPCs mit einer Sprechblase. Wieso hast du die denn jetzt gerade schon haben? Die haben da alles klar. Dann schreit ihr euch da nicht sinnlos an und keiner weiß, was da passiert. Jawohl, Herr Käpt'n. Bolo, jawohl. Bolo, Herr Bolo. Was haben Sie mich hier eingesperrt? Das nächste Mal schieß ich sie. Ich schieße jetzt gleich eine Spritze in Popo. Herr Diplom-Ingenieur, wenn Sie mich noch einmal einsperren wollen hier. So, nicht. U-Boot. Bin ich jetzt? Ach, hier kann ich U-Boot wechseln. Ah, okay. So, ist es denn hier. Ja, dann können Sie die Crew wechseln. Wenn wir hier keine haben, bei den NPCs, dann fahren wir zum nächsten Punkt. So, wie kriegen wir das hier? Hier vorne gab es, glaube ich, irgendwo mal Händler oder sowas. Schau mal, schau mal nach NPCs, die irgendeine Sprachbox über sich drüber haben. Nicht da ist, unter mir ist ein Händler. Die haben eine Sprichblase drüber haben. Die haben Missionen für uns. Aber nur mit einer Sprichblase. Wo sehe ich unser Geld denn? Da, Kontostand des Händlers? Ne, wo ist denn unser Kontostand? Ich habe null. Wir haben kein Geld. Geld wäre so null. Scheiße, was verkaufe ich denn hier? Ich verwalte das Geld. Also, hier waren noch keine Menschen irgendwie mit so einer Sprichblase über sich. Ich habe vorhin eingesehen, bei dem anderen. Das kann doch jetzt nicht. Ja, also, Sprichblase sind nicht die Händler-Icons, die hier drüber sind, ne? Ja. Rino, nimm das Schiff und hau Solo ab. Das erhöht deine Überlebenschancen. Ihr müsst mir sagen, was ihr braucht, weil ich habe... Anscheinend habe ich dann nur den Zugang zu der Bank. Was für viel Geld haben wir denn? 3000. Ah, nee. Also, aktuell... Ich glaube, Verbände und so weiter reichen erst mal. Ich hätte gerne eine Waffe. Ich weiß nicht, ob unser Sergeant aktuell eine Waffe braucht. Wir haben zu viele Kopfverletzungen im Schiff. Ich finde Waffen nicht so gut. Ich hätte es nicht als offizier. Ich hätte gerne eine Waffe. Habt ihr schon... Du hast die größte Waffe des Schiffs sogar. Ich weiß, natürlich habe ich die größte Waffe des Schiffs. Ich habe den Gift schrank... Ich habe den Gift schrank, Kinder, jetzt. Ich weiß nicht, woran ihr denkt. An deinen... Okay, dann fahren wir mal zum nächsten Außenposten. Hier scheint ja keiner zu sein. Okay. Aufsatteln. Ne, Wart. So, kann ich schon automatisch hier. Also, ich meine, ich habe früher einen gesehen, bei dem, wo wir gerade waren. Vielleicht, weil wir weggefahren sind. Ich meine schon, dass du was weißt. Wie lange stehen wir gerade schon? Dann jetzt mal halbe Stunde. Dann jetzt mal... Also, warte. Jetzt müsst ihr auf die Befehle hören. Ja. Ja, okay. Hier, die Reaktor an. Währenddessen macht ihr euch auf den Weg, zu schauen, ob Lex stopfen, habe ich euch jetzt gegeben. Oben links seht ihr, wenn ihr C drückt, dann habt ihr so eine Mitgliederliste und da bekommt ihr dann Befehle. Die werden dann automatisch auf euch verteilt, glaube ich. Ja, ich sage es trotzdem laut. Das ist die Prioritätsliste, so steuerst du die Bots. Wir kriegen keine große Benachrichtigung, wenn du uns das sagst. Du musst uns das schon nicht persönlich sagen. Seht ihr oben links, dann, wenn die euch aufglauben bei eurem Namen. Ja, ja. Deswegen sollst du jetzt D drücken. Dann siehst du die da oben. Du gibst mir einfach alle Befehle, aber du gibst mir jetzt schon Befehle, Lex zu stopfen. Das Problem ist, das muss ich... Also, das... Wie stopfe ich denn Lex? Ich glaube, der einzige Werkzeug dafür hat, bist du, Rino. Du brauchst das, glaube ich, ein Schraubenschlüssel. Dein Lex zu stopfen, machst du mit dem Schweißgerät. Ja. Habe ich... Das war Schweiß, oder wie heißt das Ding? Aber die könnte ja auch irgendwo hinpacken, also... Schweißgerät heißt das. Wo hast du die denn gehabt, das Schweißgerät? Geräte sind an, Reaktor läuft. Wo wäre denn das Schweißgerät gewesen, wenn du eins gefunden hast? Du hast es im Mittag gehabt. Geh mal die Schränke durch. Die hier, oder welche? Irgendwo, weißt du, wir haben ein Riesen... Wie so groß ist das Schiff nicht. Ich habe das auch irgendwo einfach genommen. Oh, warte mal, hier kann... Ah, geil. Ich verteidige das Boot, bis wir noch keine Gegner in Sicht. Ich gebe mir Mühe. Okay, wenn man mit dem Periskop schaut, kann man auch direkt mit dem Ding hier dann schießen, hinterher. So. Ich lade schon mal Sauerstoffflasch. Das heißt, irgendwie freilig ist, du bleibst jetzt erstmal hier an diesem Periskop dran und schaust, ob irgendwo Gegner kommen, weil ich sehe ja nichts. Ich sehe ja nur, ob Steinwände auf uns zukommen. Das ist quasi mein Auge. Ja. Wuhu. Ich glaube, das war eben eine Meerjungfrau. Dann docken wir jetzt ab. Diese Tipps da oben, ne? Boah. Ernsthaft. Ich habe ein Plasma-Schneidegerät, aber es repariert nicht. Das zerstört, glaube ich, nur, ne? Dann gehen wir jetzt nach unten. Manuelle Steuerung. Und ihr schaut jetzt mal selbstständig nach Lecks oder ähnliches. Wobei unser Navigationsterminal ist nur noch bei 61%. Hat irgendeiner, als ihr Sperenskis mit meinem Körper gemacht habt, hat das Navigationsterminal kaputt gemacht, John. Eventuell hast du hier rumgeballert. Wir waren doch nicht. Ich habe aber nicht in diese Richtung geschossen. Du hast mit dem Plasma-Trenner dahin gearbeitet. Tipps, die aktivieren hier. Mein Gott. So. Moment, ich repariere sie ja schon. Ich repariere. Irgendwas ist über uns. Oh, guckst du mal an. Ha? Ha? Wir haben Bräuche von links. Ich weiß nicht, ob dir das hilft. Herr Kapitän. Ich sehe nichts, Rino. Ich habe ein Sonar über. Ich muss hier gerade steuern. Wie viel Prozent hat ihr ihr Navigationssystem? Durchgleich. Ich melde nach rechts. Siehst du da irgendwas? Nein. Äh. Fahren eng dran vorbei. Passt. Alles sicher. Ich höre Wasser. Das ist normal im U-Boot, dass du Wasser... Aber wir sind irgendwo gegengeknallt. Ich höre Wasser-Einbruch. Ich sehe Fische. Wartet. Ich gucke mit. Irgendwas ist bei der Luftschleuse aus der Luftschleuse. Es ist gerade Wasser rausgekommen. Was denn? Alles gut. Was machst du denn? Ich habe was getestet. Seid ihr dabei, das Leck zu suchen? Es gibt kein Leck. Es gibt kein Leck. Alles gut. Okay. Okay. Dann gehe ich wieder zurück. Ausschau halten. Wenn wir Ressourcen finden, dann können wir auch Ressourcen außen abbauen. Also wir können auch... Ich weiß nicht, wie Ressourcen die auf dem Sonar aussehen. Schon mal kann ich mit 8... Ah, ich habe einen Ressourcenscanner gefunden. Ich habe eine ganz kurze Frage. Ich sehe ja unser Boot. Die linke Seite verliert Blasen. Ist das normal? Die haben wir auftauchen. Weil wir auftauchen. Okay. Das ist dann... Also ich weiß nicht, was dieser Scanner bringt. Also er zeigt sich... Und blaue Punkte. Saurino, du musst einmal an den Reaktor, weil ich jetzt gleich... Ja. Weil ich jetzt gleich einmal wieder... Was mache ich denn am Reaktor dann? Du musst versuchen, das manuell in dem grünen Bereich zu halten. Ja, das weiß ich. Aber es sieht doch alles grün aus. Das ist doch super. Ja, aber jetzt kommt ja das Manöver, wo ich schnell hin und her gehe. Weil ich andocken möchte. Das Rohstoffe, die wir hier irgendwo finden können oder so? Wahrscheinlich bei den Basen nicht. Aber wüssten wir auf Rohstoff-Suche mal gehen, wahrscheinlich. Temperatur zu niedrig. Was muss ich denn machen, wenn die Temperatur zu niedrig ist? Rennstoff reinschieben, vielleicht? Mal die Spaltrate erhöhen. Damit es ein bisschen warm ist. Ja, Spaltrate erhöht die Temperatur. Oh, guck mal an. Immer noch zu niedrig, ein bisschen die Spaltrate. Ein altes Uran-Studium einfach braucht man, um das Ding zu lösen. Ey, geil. Ich bin ja richtig gut. Leistung zu niedrig. Ja, Turbinenleistung wird erhöht. Ja, super. Angedacht? Okay. Lassautomatik, Matze. Keine Automatik. Ich arbeite. Ich bin die Plono-Ingenieur. Ich kann das. Der Autopilot hat super funktioniert. Ich habe gesagt, der soll zu den Außenposten hinfahren. Ist erst mal wieder weggefahren. Temperatur zu... Na? Ah! Alter! Kannst du mal ein bisschen weniger hin und her... Wir haben angeklopft. Wir haben angeklopft. Ja, das Tutorial-U-Boot hat sich ein bisschen einfacher gesteuert. Das war halt schon ein besseres U-Boot als das, als die Kankerstelle, die wir hier haben. Wie können Sie aufwerten? Würden wir mal endlich Missionen machen? Ja, ich docke doch hier an. Kannst du mal ankündigen, wenn du sowas tust? Jetzt. Jetzt sind wir da. Kompil der Rock oder Annie Casualties or Damage? Da können die anderen bestimmt noch mehr unterstützen, wenn ihr eure Positionen füllt, aber... Ich will ja nicht in eurem Job reingehen als Kapitän, ne? Jeder sollte wissen, was er hier zu tun hat. Das kommt davon, weil Renter die Klima laufen hat. Alfred pustet zu stark, ja. Alter, wir laufen seit 50 Minuten rum, Herr Kapitän. Vielleicht sollte der Kapitän auch mal einen Job machen. Ich habe da ein Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen irgendwo auf der linken Seite. Ja, ich glaube da auch hin. Jo, stimmt, da ist eins. Und rechts auch. Zwei Stück sind da, welch. Zwei Stück sind da. Das heißt, zu denen gehen wir jetzt hin und dann können wir die Missionen annehmen. Und dann können wir uns hinterher nämlich aussuchen, welche Missionen wir davon nehmen möchten. Geil. Eh, reden. Es gibt Gerüchte über wertvolle Mineralienvorkommen in der Nähe. Wir können, wir möchten, dass du diese Gerüchte nachgehst. Ja! Uran-Erz! Missionen freigeschaltet. Uran-Erz abbauen. Leute! Äh, Donner, los! Ey, was ist mit dem los? Der hat mich einfach festgehalten. Warum hat der mich denn hier... Sag mal. Kim Hutchinson, können Sie bitte aufhören, meinen Kapitän zu befummeln? Das mache ich. Komm her. Oh, das ist die Waldris. Oh, der hat hier auch eine Mission. Wieso hält der mich denn jetzt fest? Ey! Weil du vielleicht gegendrückt hast. Ach, mit dem hast du jetzt hier gesprochen, mit dem... Hast du mit dem Quincy hier geredet? Ja, mit dem ich geredet. Und hier liegt jemand auf dem Boden. Ich muss ihn helfen. Vernichte einen Schwarm. Jetzt habe ich auch eine Mission-Frage. Vernichte einen Schwarm gegen die Rattlinge. Oh, ne Bisschen ist denn eine Party, ja. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe ein Sympathie-Punkte eingebracht, weil ich da jemanden gerettet habe, der da auf dem Monat lag. Ich muss mich nicht überlassen, bis die Punkte weg sind, Ecke. Achso, hat die auch mehr Missionen? Ja. Medizintransport. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Geh mal einer von euch bitte drüben zu den anderen Punkten hin. Ich gucke mal eben kurz die Missionen an, damit ich schauen kann, ob wir da irgendwas hinbringen müssen. Äh, ja, glaube ich, Captain. Also wir haben jetzt, wir haben zwei Missionen, warum gehen wir nicht einfach aufs U-Boot und machen einen Schwarm weg? Äh, weil wir vielleicht einen zweiten Schwarm weg machen müssen, deswegen holen wir erstmal die Missionen hier. Wir haben zwei Missionen, nimm doch nicht zu viele Missionen an. Äh, ach, 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 ach. Ist doch egal. Das ist, äh, du nimmst quasi an und dann hast du die bei dir im, äh, im Quest-Lock drin. Pst. Jetzt musst du Arbeit. Ja, zufälligerweise auch. Ja, ein paar unserer, äh, Akkolyten suchen einen Transport zum nächsten Außenposten, aber ich muss dich warnen. Wir haben ihnen zwar deutlich gesagt, dass sie noch nicht bereit dafür sind, doch sie planen womöglich eine eigenmächtige... Kommunion? Hm? Kapiere ich nicht. Kommunion? Äh, vielleicht ein Boot ein, ein Boot ein, ein Boot ein, ein Boot einzuweinen? Ein Boot einweinen, Kommunion, Wasser drüber und dann losfahren? Ist das nicht eine Schiffskommunion, wenn das, äh... sich alle im Auge behalten und sicher gehen, dass sie an Bord keine Dummheiten machen? Oh mein Gott. Ne, da hab ich keinen Bock drauf. Naja. Kultisten-Transport, aber das gefällt mir. Kultisten sind gut. Ja, wir müssen jetzt aber erstmal nach oben. Da haben wir jetzt drei Missionen, zwei Stück können wir annehmen. Also wir machen das mal mit dem Uranerz abbauen. Da ist die Frage vorher, hat irgendeiner von euch was zum Abbauen? Irgendeine, irgendeine Sache. Nein. Haben wir Taucheranzüge? Ja, Plasma... Ja, Taucheranzüge sind an Bord, Kapitän. Und wir haben auch, und wir haben auch was zum Abbauen? Ich meine, wir haben, ich hab einen Plasma-Schneider. Okay, dann... Schneidet mit Hilfe eines Strahls, äh, ionisierten Sauerstoffs durch verschiedene Stoffe. Ich weiß nicht, ob das auch für... Plasma-Schneider ist, glaub ich, nicht zum Bergbau. Also auf jeden Fall wird Ivraldes rausgehen gleich, mit dem Taucheranzug. Ach, warum? Wir gehen alle raus, und noch ein, der schießt, und einer, der abbaut. Sicherheitsoffizier. Sicherheitsoffizier muss da sein. Aber ich mach doch schießen und bum bum, beng. Ach, stimmt, ja. Nee, dann bleibst du doch ab. Au, ich hab mir wehgetan. Dann gehen Ecke und Rino gleich raus. Super, wir gehen ohne Sicherheitsmaßnahmen raus. Ja, okay. Stimmt doch gar nicht. Ihr werdet ja auch von dem Geschütz von Ivraldes beschützt dann. Ja. Und ich steuere das U-Boot dann dahinter. Äh, ich könnte hier einen Schraubenschüssel klauen. Nee, lass das mal. Sicher? Sonst endest du wie ich. Ja. Ja, sonst legt ihr mal ab, und bevor wir ablegen, klau ich den schnell. Okay. Chef nicht Janika? Nein. Okay, Captain, zu Befehl, ich klau hier nichts. Captain, ich hab mir wehgetan beim Stoß, ich kann leider nicht mitkommen. Ich hab auch... Ja, das ist, äh, das ist ihr Problem. Erneuert haben sie schon. Da hat niemand mal mehr gepustet. Das ist auch, kostet auch. Alter, Baseball-Kapp ist mal ein Gebot. Ja. Seit wann kostet das Pusten? Seitdem. Ich war? Ermöglicht Funkkommunikation unter Besatzung. Wir müssten uns also rein theoretisch Headsets hier drin kaufen. Dann könnten wir erst miteinander reden. Lagerbehälter, Schraubenzier. Die haben wir doch. Das zweite von rechts. Haben wir einen Schraubenschlüssel? Also, wer hat von euch einen Schraubenschlüssel? Ja. Geno. Ich hab einen Schraubenschlüssel und Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel habt ihr auch, okay. Schweißgerät haben wir auch, ne? Ich will die Kappe haben. Taschenlampe? Brauchen wir Taschenlampe? Dann hol ich mal... Oh, hier ist ein Krankenbett. Zwei Taschenlampe. Zwei Taschenlampe. Mehr hat er nicht. Aber wir besitzen eine anscheinend. Tauchanzüge haben wir zwei Stück auf Lager. Ich hätte gerne eine Waffe. Tragbares Sohna. Nein. Warum nicht? Unter Wasserscooter. Wir holen uns noch zwei Unterwasserscooter. Nein, dafür geben wir nicht unser Geld aus. Wir haben den bei die Headsets schon, ne? Die haben wir alle an. Das hab ich eben gesagt. Ihr müsst doch da hinkommen, irgendwie. Äh. Tragbare Behälter für Werkzeuge. Besitz ein. Brauchen wir nicht. Also, ich sehe jetzt hier nichts zum Abbauen. Werden wir schon haben. Und wenn, dann ballern wir drauf. Und dann nehmen wir den Schwarm auseinander. Ich glaub auch, dass das der Passpa-Schneider ist. Lass mal auf, ich kaufe mal das hier. Und ich werde das aufs Ubo liefern. So. Jetzt haben wir das gemacht. Das heißt, wir werden uns jetzt hierhin bewegen. Wir machen einmal Uranerz abbauen. Und wir machen Vernichte in den Schwarm. Start. Lo, Kinder? Ich werde seit fünf Jahren grau. Das kann durchaus sein, ja. Aber ich bin bereit, euer Leben zu geben, um meine Erfolge zu garantieren. Menschenskinder. Aber dein Erfolg ist es doch für seine Kunde. Du bist schlussendlich. Grau macht. Diplom-Ingenieurino, über einmal den Motor anmachen. Sarge Nifraldes, einmal hier gucken. Bin schon da. Und Ecke in die Ecke setzen, bitte. Dankeschön. Ja, follow. Ecke bitte anschneiden. Ach du Scheiße, okay. Äh, hä? Du bist doch unser Käpt'n. Ich möchte jetzt nicht, dass du dich beschwerst über deine Aufgabe, die du hier zu tun hast. Äh. Unter Wasser Scooter. Wir haben nicht genug Strom. Paschen Lampen. Plasmaschneider. Wieso haben wir Plasmaschneider gekauft? Ja, der Strom ist weg. Strom ist aus. Wir haben wenig Brennstoff. Wir haben Plasmaschneider gekauft, damit wir noch ein zweites, ein zweiter abbauen kann. Wo sind die Brennstoffzellen? Das war der Plasmaschneider, das zu abbauen, okay. Ich glaub's. Ich glaub's. Kann mir einer eine Brennstoffzelle bringen, bitte? Äh, die sind unten in deinem Lager. Und unten kann man irgendwie auf das Ubo-Lager hier insgesamt zugreifen? Ich komme euch runter und bringe den Brennstoff. Kernschmelze. Kann ich die Kiste wieder fallen lassen? Du musst mir dann auch sagen, wenn wir zu wenig Brennstäbe unten haben, auf jeden Fall. Hä, wie lege ich die Kiste wieder ab? Wir steuern gegen was? Boden, 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 Boden. Ich kann nichts machen. Boden, ich kann nichts machen. Wir haben angelegt. Wir haben keinen Strom. Ja, ich brauch Brennstäbe. Ich will nur gucken, wo die Brennstäbe sind. Wir sind gesund. Hier im Schrank. Ja, da liegt. Perfekt. Wir haben genau das gemacht. Ich hab's schon einmal angezündet. Aber am besten nur ein Brennstab rein. Wenn man mehrere reinlegt, dann gibt's Feuer. Du kannst schon mehrere reinlegen, aber du musst halt genau dann aufpassen. Da fehlt irgendwie eine Minimap. Ja, ich weiß. So, Strom lädt. Ja, aber das ist ja der Sinn, dass es keine Minimap hier drin gibt. Wo lege ich denn die Kiste hin, die ich in der Hand habe? Oder wie lege ich die Kiste ab? Kann man die Brennstäbe wieder aufladen? Weiß ich nicht. So, Strom ist da, Herr Kapitän. Jo. So, das erste Ziel, was wir ansteuern, ist... Ehe, kenn ich jetzt gerade noch nicht ganz. Ist das Wasser? Wir steigen. Ja. Ich glaub, der Schwarm ist jetzt gleich das erste. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch einen Zweiten hier oben, der dann mit Geschütze bedienen kann. Bin dabei. Du musst dich doch um Strom kümmern. Ja, aber am besten niemand, der sich um Strom kümmern muss. Wenn der Strom nämlich wegfällt, wenn wir gegen gerade kämpfen, ist blöd. Das heißt, du kommst da mal hoch und kämpfst hier mit... Äh, in die Kampfstation hier bei unserem Sergeant. Ja. Das andere Periskop quasi. Wir sind immer 120 Meter beim Schwarm. 100 Meter, 90 Meter. Welche Richtung? Links oder rechts? Äh, rechts. Also, ich weiß nicht, wie man im Uo navigiert. Jetzt kommt ein Schwarm. Sehe nix. Gott. Da. Hab's auch. Wir werden angegriffen. Wehre, greifen uns an. Äh, Feuer auf, alldecks vorne, hinten, links und rechts. Ja, ich... Die Waffenkammer ist geflutet, Hüllenbruch. Alle, alle aufbau, außer Deck raus. Das ist, äh, Gott. Wir sind zu uns. Wasserpegel 100% bei Waffenkammer. Rino, du musst zur Waffenkammer rüber. Wo ist die Waffenkammer? Wir sind zu. Nicht im rechten Teil oben bei dem U-Boot. Oh Gott! Die... Es flutet. Es ist... Es ist nehmus geflutet. Schnell die Tauchermasken aufsetzen. Alles klar. So, einmal die Tauchermaske. Dankeschön. Ähm. Ja, ich weiß schon, ich weiß. Ihr solltet jetzt an die Kanonen greifen. Ihr Wahnsinnigen. Wir werden noch angegriffen. Ne, wir werden nicht angegriffen, weil wir gesunken sind. Aber ich kann gerne wieder hoch. Das andere Geschütz guckt nach oben. Wir werden von oben noch angegriffen. Ich verteidige schon. Ich bin unten. Auf der linken Seite der Maschinenraum ist geflutet. Da haben wir Hüllenbruch und Wasserpegel 100%. Befindet sich in der... Wir haben zwei Etagen. Die in der zweiten Etage auf der linken Seite. Dann einmal auf der zweiten Etage auf der rechten Seite ist die Waffenkammer. Die hat auch einen Hüllenbruch. Und Wasserpegel 100%. Ziemlich eliminiert. Das Schwarm wurde vernichtet. Sehr gut. Dann jetzt einmal hier Taucheranzüge schnappen. Und im Mittelschiff. Zweite Etage mittleres... Also ja, Mitte des Schiffs. Auch Hüllenbruch. Wasserpegel steigt. Nicht den Raum aufmachen. Nehmen den Kommandoraum. Wo ist der Kommandoraum? Das ist der Kommandoraum, in dem wir hier drin sind. Oh, wo kann ich reparieren? Ich kann nicht. Das ist in der Oberstraum. Oh Gott, der Kommandoraum flutet. Wer hat denn da hinten die Tür aufgemacht? Ich will die doch mal schweißen. Geh von unten dran. Kommst du von unten dran? Nein, mach zu. Ich geh rein. Mach zu. Ich hab keine Ahnung und bin nicht angeschrien. Bin dabei. So. Reparieren. Alles pie zur Hölle. Die sind dort gestorben. Nein, du bist tot. Bist du... Ja, Rino hat verloren, die Wette. Haha. Ich hab nicht verloren. Ich bin... Ich hab sie endlich aufgelöst. Ich kann den Höhlenbruch pingen. Wie kann ich den pingen in Höhlenbruch? Aber ich hab kein Werkzeug. Rino hat das Werkzeug. Ich... Ich hab Werkzeug. Aber was bin ich denn gestorben? Anseln zieh'n Taucheranzug an. Taucheranzug anziehen und dann in den Maschinenraum rein. Ich hab doch ne Taucherbrille. Ich hab noch diese Kiste in der Hand. Ich weiß nicht, wie ich die ablegen soll. Ich hab sie auf. Guck mal. Da. Da. Taucherbrille ist auf. Martinovic, da ist sie auf. Na? Da ist die Taucherbrille auf. Vielleicht die Taucherbrille ist zu wenig dafür, oder? Temperatur niedrig. Ach so. Wie erhöht die Temperatur von dem Dings? Wieso sterbt ihr alle? Ich glaube, wir werden da angegriffen hinten irgendwie. Ich glaube, da ist ein Vieh, was uns an den Kommandos. Hast du auch alle Brennstoffzellen mitgenommen, Rhino? Der Rhino liegt hier mittlerweile zu meinen Füßen. Ja, ich hab natürlich alle Brennstoffzellen mitgenommen. Wieso seid ihr denn alle da? Weil wir rausgespült worden. Oh, wir sind da. So, ich markiere euch, wo die sind. Die Lex. Aber ich kann da nichts dran klaren Ram klicken. Oder hast du die Reparatursachen? Druck zu hoch. Vielleicht geht du mit kompletten Taucheranzug. Vermutlich, weil wir halt schon draußen waren. Also, wenn wir... Ja. Äh... Ich glaube, ich bin implodiert. Du kannst ihn greifen, dann kannst du dir die Sachen rausholen. Ich hab so eine Kiste in der Hand. Ich kann die nicht ablegen. Ja, ruhig blut. Keine Hektik aufkommen lassen. Ja, ich glaub, sie ist in der Hand schon mit der Kiste rum. Wohin? Er kriegt direkt einen Erfenzusammenbruch. Chef, ich lege die Kiste ab. Ich bin in drei Minuten 19 Sekunden wieder da. Keine Sorge. So. Gib mir mal... ...die Kiste einfach aus dem Inventar, würde ich die mal rausziehen. Geil. So. Wie kann ich den greifen hier? Dann lege ich dir jetzt alles in die Kiste rein. Geil. So. Guck mal, jetzt hab ich dir alles in die Kiste reingepackt. Du nimmst den jetzt auch noch mit, geh. Ich kann da nichts greifen. Wo ist denn die... Wo ist denn die Kiste... Wo ist die Kiste in der... Links. Links, neben der Inventar. Und da befindet die sich. So. Hier, zack. Dann gehst du da rein. Und dann mach ich hinter die Tür zu. Ja, Klamend. In der Zwischenzeit... Brecheisen. Aufbrechen. Nee. Schrauben zieh, aber euch für Elektrik, glaube ich, ne? Also ihr könntet auch nur leicht öffnen, dann komme ich euch mit meinen ganzen Materialien auch entgegen. Du kannst stattdessen gleich den Staff nehmen, der hier noch in der Kiste drin ist, die Brennstoffzellen und damit runtergehen und die in den Reaktor legen. Aber eine nur. Nein. Okay. Ich bin der Kapp nicht gehen. Du gehst rein. Ja, guck mal, da komm ich. Schön, dich wieder bei mir zu haben. Komm zu mir. Leg dich bei mich bei. Sieben ist das Schweißgerät. Jetzt schwimm los. Die Vraldes ziehe ich einmal hier zum Periskop rüber, dann kannst du hinterher deine Sachen da rausnehmen. Jetzt sieht Ecke aus wie der Held, aber die Pioniere, die rausgefunden haben, dass man einen Taucheranzug braucht, waren wir. Ist ja nicht so, als ich in der Kapitän gesagt hätte, einen Taucheranzug anziehen. Die Taucherbrille hast du jetzt 8. Ich habe gesagt, Taucheranzug, ich habe mir die Taucherbrille angezogen, als du neben dir ein Leck war. Okay. Wir kriegen das Wasser wieder raus? Äh, oder Pumpe. Durchlaufen und Pumpen. Es muss also einfach nur auffließen. Also einmal ablaufen. Okay. Ecke, kannst du mich wieder belegen? So, das machst du jetzt nochmal ganz, ganz rechts in der Waffenkammer. Äh, wiederbeleben, du bist tot. Also ich glaube, das ist schwierig. Auf der Etage ganz nach rechts. Ja. Aber der Motor ist noch kaputt, ne? Ich hatte ja einen Taucherbrille an, aber anscheinend wegen des Drucks. Die Brennstoffzellen sind noch ein Anzug. Die Brille hat ja nicht ausgereicht. Wegen des Drucks. Der Motor ist trotzdem kaputt. Ja, lass mich einmal kurz hier alles reparieren, bitte. Ja, ich glaube, die Mechanik brauchst du dafür. Ich bin in 59 Sekunden da. Ja, ich habe die Mechanik. Ich bin eben Mechaniker, bin ich. Ich bin Ersatzmechaniker fürs Team hier. Äh, kann auch sein, dass wir, ne, warte mal. Okay, ich komme nicht mehr in den Raum hier rein. Nein, da kann ich nicht mehr existent, oder? Wie, neben der Waffenkammer? Neben der Waffenkammer ist kein Raum. Ne, hinter, neben dem Arzt, neben dem Arztkram. Und ich habe da, da ist die Tür, die ist irgendwie verriegelt. Kann das sein, oder kannst du da durch? Ivar, das lässt sich auch respawnen? Ja. Also ihr spawnt gleich alles wieder, aber was ich mache. In 20 Sekunden. Wir kriegen dafür aber 10% Fertigkeitsverlust, was wir dazugelernt haben. Ja, alles gut. Das kriegen wir wieder hin. Alles gut? Warst du es ja nicht. Ähm, Chef, ich leg wieder Urankram jetzt in den Reaktor, ne? Ja, und dann kommst du mit Reparaturklammern nach oben. Bin wir da. Und dann gehst du einmal nach links, zum Maschinenraum wieder, reparierst dort den Motor. Und dann müssen wir gleich schauen, dass wir die Tür zur Waffenkammer aufbekommen. Das muss aber der Ingenieur machen, weil wir da die Kabel verkabeln müssen. Wo ist die Kiste? Da ist die Kiste. Ich leg den Schweiß da wieder rein. Müssen wir ihn hin? Ja, geh jetzt erstmal hier links mit dem Werkzeug rüber zu den Motoren. Ja. Wir sind in dem Shuttle. Kiste lasse ich wieder fallen. Nino, wo müssen wir ihn hin? Ich guck gerade, wo der Shuttle ist. Ich glaube, da muss ich mit 8. E-Neu-Verkabeln. Ah. Tont aus. Energie ein. Wir sind ja so ein Mini-Shuttle. Da fliegen war. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Angepasste Luke. Wassersensor. Schraubenschlüssel brauche ich, verdammt. Ist der Shuttle schon gekommen? Kam der Shuttle schon bei euch, das Respawn Shuttle? Ich habe keinen Schraubenschlüssel, Chef. Also wir sind in dem Shuttle drin. Wer von euch hat den Schraubenschlüssel? Also hier kommt irgendwie Wasser rein, wenn ich das, die Tür da drücke. Das ist nicht gut. Wo ist denn die Leiche von... Hier war Yvraldes Leiche auf jeden Fall. Hier. Wecker zurück. Ja, ich komme. Da unten. Ganz ehrlich, ich versuche nur zu helfen. Jetzt habe ich einen Knochenbruch. Ich weiß nicht, wo ihr seid. In den Schraubenschlüssel. Das ist kein Schraubenschlüssel. Wieso hast du Opium? Hast du dir Opium aus dem Medizinschrank gemobbt? Vielleicht. Okay, der Kapitän greift jetzt mal kurz durch. So, jetzt also. Ecke Ruhe. Wo seid ihr beide? Yvraldes und Rino? In einem Shuttle. Wir sind weg. Ihr seid in irgendeinem Shuttle wahrscheinlich, ne? Ja. In der Venture. 110 Meter weit seid ihr weg. Ihr müsst jetzt mit dem Venture, mit diesem Rettungsschiff-Shuttle, müsst ihr jetzt zu uns runtersteuern. Ich weiß nicht, wie das Ding funktioniert und dann müsst ihr bei uns an der Luke anlanden. Und dann könnt ihr von dort aus wieder raus. Ich bin allein. Ist Rino nicht auch da? Ja, aber der ist gleich tot. Warum ist Rino gleich tot? Du komm, ich fahre, ich komme. Okay, wenn ihr da seid, dann sagt Bescheid, dass wir die Luke da aufmachen können. Jetzt Ecke G, mal gucken, ob Rino in seinem Seesack oder Yvraldes in einem Seesack irgendwo ein Schraubenschlüssel hatte. Ja, ich gucke mal hier rein. Und wenn hier nichts drin ist, hier ist auf jeden Fall nichts drin. Dann gehe mal gucken, ob unten irgendwo in den Dings was drin ist. In den Lockers. Ich weiß nicht, wie das da unten aussieht bei euch. Sicherheitsleitfaden von Ophelia Peres, das ist egal. Schweißgeräumt. Ich kriege mein Opium wieder. Das wird jetzt sanktioniert. Aber warum? Weil Opium ist Sachen des Arztes und nicht der Crew. Kommt auf die Situation an. Auch so man will einen guten Tag haben, dann geht das schon. Die Menschen kommen Vorsicht, langsamer, sonst habt ihr vorne ins Boot rein. Vorsicht, 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 oh Gott. Ihr müsst mit dem Grün, ich weiß nicht, wie eure Ansicht aussieht, aber ihr müsst mit diesem grünen Ding auf unseren grünen Dingen langen. Ich gehe mal runter und gucke nach dem Schraubenschlüssel. Das sollte nicht grün sein. Oh, was ist denn hier los? Wie, das sollte nicht grün sein. Vorsicht, oh Gott. Ja, bitte, ich versuche es. Rücken raucht was. Dem Elektro. Der will nicht hoch. Da sollte kein Fehler drin sein. Also da sind ein paar Sachen, da sind ein paar Verteilerkästen, haben eine geringe Haltbarkeit, aber die sind noch nicht kaputt. Einfachen hat ein Reparaturzeichen. Aber wir müssen da sowieso einen Schraubenschlüssel dann für holen. Wir haben auch noch vorne immer noch einen Hüllenbruch in der Waffenkammer, um den wir uns kümmern müssen. Aber guckt jetzt erstmal, ob da unten irgendwo das Ding ist. So, jetzt müsst ihr rüberkommen. Ihr müsst rüberkommen mit diesem grünen Viereck. Ja, ja, ich bin dabei. Das muss auch uns aus. Ich habe mir vielleicht einen leichten Schockgrad geholt. Ich lasse das mal sein. Ich fange mir da nicht mehr drin rum. Ihr lasst das den Ingenieur machen. Dafür brauchst du auch, glaube ich, einen Schraubenzieher. Ja, aha. Also der Verteilerkast, alle Verteilerkästen sind kaputt. Superkondensator hat einen Schaden, Navigationsterminal, Startsterminal, Motor ist komplett im Eimer. Und vorhin die Waffenkammer ist immer noch geflutet. Ich glaube, Strom ist jetzt ausgegangen. Wir werden alle sterben. Hast du die, hast du die, ähm, hast du die Decke? Könnte sein, dass ich gerade... Okay, dann pack die mal wieder rein. Weil wir haben nämlich jetzt gerade keinen Strom. So, ein bisschen hoch, jetzt wieder nach links. Ey, so ein Leberhutemort wäre ja nichts für mich, ne? Nur Leistung. Ich lege mal ein Uranenhäufchen jetzt mal wieder nach. Der ist Ecke, legt ein Häufchen. Was fährt der so komisch? Also bei mir bewegt ihr euch gar nicht. Doch, ich bewege mich millimetermäßig. Sonst gehe ich nochmal hoch. Das kann sein, dass er feststeckt dann. Dann nochmal einfach nach oben und dann versuche mal langsam drüber zu gehen. Ah, jetzt habe ich's. Einen Moment. Temperatur zu niedrig. So, jetzt drehen, 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 drehen. Jetzt stoppen. Jetzt stoppen, 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 stoppen. Also jetzt halten und jetzt kannst du gerade runtergehen. Jetzt kannst du gerade runtergehen. Ich versuche die mit dem, mit der Periskop ein bisschen zu navigieren. Langsamer, 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 langsamer. So, jetzt nur runter, ne? Jetzt gerade runter, runter. So runter? Ja. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ich drücke kannst du sein nach unten, aber er geht nicht nach unten. Ich drücke den Knöpfen nach unten. Warte, wann muss ich vielleicht so machen? Ja, jetzt. Vorsicht, du bist schnell. Oh, langsamer. Ui, brems, brems, brems. Klatsch. Ja, hat geklappt. Aber vielleicht seid ihr verbrunden. Ja, bin angedockt. Sehr cool. Ha. Ich hast du, was ist mit dem Strom? Ich lasse die Finger davon. Ich bin schon fast tot, weil ich mir zu viel Schocks gewollt habe. Aber dann können wir den hier reinlassen. Wir sind unten angedockt, Ivraldes, oder? Ich meine, wir sind unten angedockt. Ach, wir haben einen unten? Unten rechts sind wir angedockt. Ähm, schieß ihr es. Nein, das ist hier jetzt nichts drin. Wo müssen wir denn aufmachen? Das ist ein bisschen was übrig ist. Herr Kapitän. Ja, dann lass ich das mal zu publikieren. Ich habe mich hier angedockt. Dann lass ich das mal an. Ist das hier der? Alter, was ist das denn? What the fff? Ich glaube, das ist falsch. Wo müssen wir denn hin? Okay, dass nicht. Das nicht. Oh, no, 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 no. machen wir können die tür nicht aufmachen wenn kein strom da ist ist nicht stroben ich krieg aber kein strom an gibt ein leben dabei die wollen uns nicht haben ich glaube ich probiere was ist das ist aber es ist alles kaputt ist bei 28 prozent der kapitän wir haben wir müssen uns langsam reinlassen ja ja wir wollen wir probieren wir arbeiten dran wie starte ich den reaktor wir haben nur leistung deswegen wie standen abgedockt von euch wie so daten habt ihr uns abgedockt wir wir können hier gar nichts zu machen wie starte ich den reaktor hat ich komme jetzt mal unter wenn ich wüsste wo er auch keine taschenlampe oder so gibt es in ihm waren wieder abgedockt von euch habt ihr habt uns abgedockt kann das sein nein wir können hier gar nichts machen drin aber wir waren wieder weg von euch ja aber wir können nichts machen glaube ich ja so langsam ergibt wieder hoch die leistung glaube ich aber bei städter wird zuerst und steht bei null immer noch darf ich mal feedback geben unseren captain ich fühle mich sehr wohl und aufgehoben bei dir ruhe auf den billigen plätzen danke was machst du den art weg da weg da weg da ich übernehme das schiff jetzt gehe sie weg oder ich erschieße sie so so wir sind jetzt oben bei euch wieder an gedockt wenn ihr uns jetzt nicht abdockt müssten wir eigentlich unten rechts rein können ich probiere mal hier strom aber ich weiß nichts nichts probieren jetzt unsere steil ladung schreibt jetzt gleich sollte wieder im grünen bereich sein beobachte dass man nichts daran ändern das geht ja leistung kommen wir sind drin aber ich weiß ich habe keinen strom über ich kann nicht zwar jetzt sind aber hier ist so viel runter ging es kommt runter zu mir seid ihr hingegangen schaffen wir das ja ich bin auch hier rino du musst ganz dringend runter gehen okay geht das ja hier ist ja alles kaputt wie erst mal ich repare ich hier erst mal alles werkzeugkürtel da habe ich alles wieder reingelegt an werkzeug okay und automatisch damit ich repariere das hier erst mal papi kommt macht mal alles wieder ganz wir wissen auch der diplom ingenieur dafür bist du da dafür haben wir die angestellt für kein ingenieur ich habe nicht einen einzigen cent geld ich bezahle ich arbeite anscheinend für umsonst für respekt den habe ich bisher noch nicht empfangen ja ist ja ist ja alles kaputt hier oder ich habe nicht gekämpft das ist da die sicherheitsoffiziere die meine geräte hier so zuständig ist so das ding läuft das ding repariere ich auch mal alles gehört außerhalb in die freil des du kannst dir mal ein taucheranzug schnappen ich will nicht raus ich war ihm draußen du gehst nicht raus du bleibst hier im boot aber da ist wasser drin ich bin eben schon gestorben kannst du selbst machen ich bin der kapitän ich habe die übersicht los machen sie es ist das auch ist das denn was ist das da unten wasser 23 ich muss mich durchsetzen hier ist überall wasser drin die pumpen müssen erstmal wieder laufen das heißt ich ja wenn ich weiter dieses alarm piepen hörende hat jemand mein schweißgerät im gültel ich habe organschaden ich habe ein stumpfes und ich habe sauerstoff knapp in deinem vorratsbehälter unten habe ich das in den gültel reingelegt ecke hilf mir mal bitte und gib mir mal bitte irgendwie ein parazitamol zu können die müssen nur noch viel rein ich kann nichts sie sind schon vollkommen behandelt ich habe knochen gebrochen ja das ist das traume habe ich auch gedacht ich kann hier ein bisschen mit meinem kram rumwedeln aber das bringt eher wenig wie sieht es aus mit dem strom ja ja bin unterwegs einen moment reparieren ach du scheiße ist ja komplett kaputt irgendwas ich weiß nicht ich muss einen moment ich muss erstmal neu verkabeln hier kommen hier rüber sieht euch zieht euch die links an die anzüge wir haben zwei hier sind ganz viele strom ist weg ich bin ein genialer mensch schnell du kennst du denn gemacht hast du sagst du bist ein genialer mensch ich habe erstmal alle kabel so genommen damit ich keine leckung mehr kriegen kann und dann kann ich erst reparieren und jetzt der kabel ich es wieder keine sorge kabel sind wir euch wieder dran ich mache die tür wieder zu ich habe dich gerettet das ist auch ein bisschen zu intim heute ist nur noch ein brennstab läuft strom strom läuft geht hoch ein moment ich bin dabei ich gehe auf automatisch verkackt habe jawohl das war die verkabelung du hast ganze stromstocke gekriegt du musst es einmal ich habe neu verkabelt jetzt haben wir wieder strom also jetzt habe ich auch wieder jetzt sehe ich auch wieder was hier los ist ich bin euch das hier mal also wir haben rumpf versagen vorne in der waffenkammer da haben wir auch ebenfalls ich kann leck kann ich nicht markieren also ich sag ich mag hier ist einfach mit kaputte geräte das muss auf jeden fall da muss ich drum gekümmert werden dann haben wir kaputte geräte hier in dem raum dann haben wir kaputte geräte hier hinten in dem raum und der sauerstoffgenerator ist auch nur noch bei 57 ok du magst du mir deinen schweißgerät trocken dann reparierst du die elektrik und ich tauch raus und repariert draußen ein schweißgerät legt bitte eure anzüge wenn ihr die nicht mehr braucht wieder zurück in den in raum damit wir die immer wieder finden damit die nicht auf einmal weg sind was kein schweißgerät sagst du ja und denkt daran dass unten drunter die sauerstoffkanister sind okay dann werkzeug gütel der hatte das schweißgerät ja das ist mein das mein anzug weil ich noch an habe ich kümmere mich um die um die hülle draußen das heißt ich jetzt raus tauch raus und reparieren ich habe wieder wasser einbruch hier könntest du mir kein wasser bringen während ich mit der elektrik zu tun habe dankeschön es tut mir leid was kann ich denn hier mit dem warum sind diese sachen hier kann ich die irgendwie steuern darf ich mal sagen wie geil wie das hier gerade lösen aus einer vollkommenen situation haben wir die viecher getötet und kriegen es jetzt wieder hin ich finde da können wir uns mal ein bisschen auf die schulter klopfen ich bin nur gestorben ich gucke jetzt mal was wir hier finde ich weiß nicht ob du da von außen dran kommen soll es ist nämlich in der mitte vom boot aber der schaden ist in der mitte vom boot hier ist höhlenschaden den repariere ich ja es ja der ist außen jetzt hast du ihn repariert aber ist trotzdem noch alles rot dann geh mal warte wenn mehr kannst du dich reparieren naja ich check gerade mal unten unter dem boot bist du jetzt schon an der rundung ja ich bin schon und kommt da nicht ran das ist zwischen der ersten und zweiten etage aber jetzt mal zurück zur anderen seite des u-boots zum heck und dort links neben dem geschütz ist so eine kleine abstufung das ist die letzte stufe bevor quasi unser unser u-boot zu ende ist da ist auch noch ein kleiner kleines leck unsere außenhülle okay sehr gut also ich habe vor noch ein bisschen mehr reparieren können ja ja der größte schaden ist noch da in der mitte okay da müssen wir da gleich rangehen ich hoffe dass jetzt zumindest keine wassereinbruch von außen mehr haben du bist meine verteiler kästen rino ja ich mache gerade jetzt habe ich verstanden okay du reparierst die verteiler kästen ich sehe damit dass die grünen werden ich habe gerade einfach einen brennstab reingelegt weil wir gerade mehr strom brauchen wir brauchen auch einen dritten brennstab dort ist brennt rino hat vorhin die tür zum bug zugeschweißt nicht noch mehr brennstäbe einer nur einer nur einer nur ansonsten fackelt ja wenn man so kalt wir haben kein strom mehr okay wenn du die verteiler kästen repariert hast rechts in den raum den sauerstoff generator müsste auf jeden fall noch ecke wo bist du gerade unter dem boot ich kann von außen nichts anderes mehr reparieren nämlich unter dem boot du solltest nach hinten zum heck und ich habe das ja das kann nicht reparieren von außen warte ich guck mal ich habe das problem der schweigen geschützt langfristige problemlösung war noch nicht da ich sie sich in ziele nein diese will ich ja da da und ich komme nicht da 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 genau da müsste es irgendwo oben drauf oben drauf nicht an nicht nicht am heck gefunden gefunden jetzt sollte es geregelt sein also von außen geht ja jetzt kannst du reinkommen jetzt muss einer von euch müsste jetzt mit dem schweißgerät kommen ich habe schon als gerät rino hast du noch ein schweißgerät im moment ist geklaut hätte ich muss in die tür auf prägt auf ich weiß nicht ob man die wieder aufschweißt ja ach das geht mit brecheisen das geht mit brecheisen haben wir brecheisen ja das ist bei jemanden war das ich habe ein brecheisen wo ist meine leiche eigentlich in diesen oben im kommandozentrum da wenn wir jetzt gleich weiterfahren organisiert bitte auf jeden fall mal so ein bisschen das inventar kann es sein dass du hier alles aus meinem seesack rausgeholt hast ja ich habe alles habt ihr aber auch den werkzeugküttel habe ich die unten hingelegt gehabt du hast ein werkzeugküttel dass du nicht alles im inventar heimat tragen muss ich lege dir in deinem vorratsraum unten in den vorratsschrank wo auch die brennstäbe drin sind da lege ich dir ein werkzeugküttel jetzt wieder unten rein wo bist du denn unten bei dir im raum was ist denn unten mein raum reaktor raum ist ein raum das ding hier und muss auch repariert werden hier im reaktor da ist ein werkzeugküttel und in dem werkzeugküttel ist ein plasma schneider eine tauchmaske und schraubenschraubenzieher drin so hast du dauerhafte tauchmaske immer dabei ohne dass du es im inventar hast das heißt wenn du wasser ist dann kannst du schnell tauchmaske aufziehen und dann ist gut ich gucke jetzt unser sauerstoffgenerator ist im arsch ja trotzdem jetzt erstmal zur waffenkammer dass wir den einer aufbricht das ist jetzt was machst du jetzt erstmal eckerino macht hinterher den sauerstoff denn hast du links für gerät motor ich gehe ich möchte ich mache mit dem motor mal kurz ich mache die verkabelung mal kurz aus okay hast du hast du denn dein ding fallen lassen den brechstab dem brechstab hast du das brecheisen irgendwo ich hatte es die ganze zeit an meiner leiche wenn die gelöst habe ich reparier uns gerade den motor okay irgendwo anlegen müsste kaufen sie mehr brechstab und so damit ich auch was zu tun habe ich dir einfach ich auch machen war ich suche nach dem brechreisen repariert motor ist ja weil das hier ist übrigens ein leiche die tasche gehen mal dahin wo ich jetzt markiere das ist ja da musst du den sauerstoff als er noch einmal reparieren ja und bei dem verteiler kästen musste auch noch mal schauen wenn ihr der brecheisen ich finde das auch nicht so schlimm als jetzt erstmal die waffenkammer da sollte jetzt hoffentlich noch nicht so viel drin sein überall ist du kannst man das periskop wieder dran gehen ich versuche mal ob wir das dass wir dann jetzt wieder nach oben fahren wir fahren jetzt erst mal weiter ja motor ist auch wieder funktioniert wieder deswegen wir fliegen wir fahren jetzt zum uranerz 160 meter weit weg sauerstoffpumpe ist da das heißt ich ziehe mal kurz den nehmen aber dann kannst du mir sagen wo ich hinfahren muss weil ich sie halt nur dass ich sie halt nur in sonar das heißt bei mir macht springen und dann sehe ich punkte und sollte dann oben oder unten schauen also wir sollten von oben sollte gleich über uns kommen hoffentlich kommen wir denn dahin sauerstoffzahn gewechselt jetzt bringe ich den oder es muss noch repariert werden was der wert hat das schon wieder kaputt gemacht wer macht meine ganze schränke kaputt wer macht mich ja alles kaputt ganz ehrlich die sachen sind jetzt alle bei 100 prozent die wir haben die technischen forschung scanner gehabt moment ich suchte mal eben kurz anzug wieder rein hat schon also mich heißen haben wir nicht an bord kein brech also ich wir hatten eins aber ich weiß nicht hin ist dann können jetzt echo und überall dass sich ein anzug anziehen man könnte jetzt gleich uraner baum mit dem plasmaschneider ich fahre ich musste ja heute hat das taucheranzüge ohne sauer einer ist noch rechts im inventar drin im hauptschrank wenn ich ihn mal soll ich jetzt also weg von der aussicht ja weil wir sind jetzt da quasi versucht er jetzt ein bisschen hinzufahren war das action als belohung kriegst du bis ein opium ok ok aber ich suche gerade den inventar warum fahren wir nicht hoch rechts hier oder hier drin so meinst du ranger hier ist ein plasma schneider aber das ist der richtige das zum abbauen warum sinken wir warum sinken wir ok anzug an sauerstofftank nehme ich mal mit völlig wieder auf wir fahren rückwärts wieso fahren wir nicht rückwärts zu schwer hatte wo war die das man sie ziehen wir sind wir wog voll wasser steht wird gemacht wird mal sauerstoff also wir haben nirgendwo wir haben nirgendwo das kann nicht sein wir haben nirgendwo den brecheisen ecke ecke hat mein brecheisen genommen und seitdem ist es weg hat das nicht genau weil ich nicht wusste was ich machen weil wir nicht hochkommen wir sind zu schwer dann vorne im wog flucht wir sind jetzt wir sind jetzt wieder auf grund wir finden eine lösung wir finden eine lösung irgendwo muss ein brecheisen sein chat soll ich denn vielleicht mal pumpen und auf raus stellen ja aber es kommt da keiner in den raum kannst du von irgendwo außen pumpen steuern die waffenkammer ist sonst kommt da kein wasser rein weil das wasserpegel ist da ja ich suche jetzt jedes lager ab nach dem brecheisen ob das hier irgendwo wenn das licht leute wird das gerät von einem anderen ort kontrolliert ok welcher ort kontrolliert der bitte die wasserpumpe ich guck mal kurz ecke warum laufen sie mit dem schweißgerät rum was der ingenieur eigentlich braucht naja der skoklasma schneider achso schau also alle die jetzt gerade hier im boot sind mal die schränke alle durchsuchen ob wir irgendwo so ein brecheisen haben brecheisen ich lege ihnen haben sie herr diplomingenieur haben sie ein schweißgerät nein ja ich lege es hier rein hier wo ich stehe drehen sie um also ich habe alles durchsucht ich habe nichts gefunden wir haben in den vorausslager hier da ist das schweißgerät drin also sie sind hier der ah schweißgerät wieder da wunderbar ist sogar noch ein bisschen gas drin ja und das ist nur tauchmaske hier das lüftung und wofür brauchen wir das brecheisen damit wir die tür aufbekommen die du zugeschweißt hast wo habe ich denn die tür zugeschweißt naja ganz am ende von der waffenkammer rechts ganz rechts ist die waffenkammer ach sie habe ich zugeschweißt ne da gehts raus Rino Achtung du hast keinen taucheranzug anhand wirst du sterben kochsalzlösung bandagen ne ich bitte nicht nehmen das ist mein ganzer heilkram den hab ich wohl reingepacken was da drin ist und das ist mein ganzer heilkram das ist mein ganzer heilkram du brauchst einen plasma schneider um sie zu öffnen steht hier ja dann die ersten mal einfach mal das oben das pop-up was versuchst zu öffnen zu lesen die tür wurde zugeweißt du brauchst du passt mal schneiden was ist mit euch los schneiden in drei zwei ein anzug macht doch unten die luke aufbau ich da damit das wasser nach unten abfließt ich ziehe anzug an so ich muss ersoffen ist das euer ernst der schweizer schabierlich ja könnt ihr die bitte ist es auch seit ich habe mir erst mal die tür erst mal die tür hier sind alle waffen ja ja aber hier ihr wissen wir jetzt eigentlich reparieren ja dann radio schafft das wir haben ja so muss ich denn hier bleibt jetzt erstmal da drin damit dass sie nicht wieder flutet müssen wir hier was schweißen ja hier boden ist hier kaputt hier vor über der ich kanzlei ich kann zu ersterieren wieder weg ist der boden wie der strom ist wieder weg was ist das denn das ist eigentlich soll jetzt alles repariert sein welchen dienst grad hattest du warum soll jetzt punkt ist aber erstmal das wasser weg ich fühle mich nicht wertvoll delegiert von dir du hast auch gerade nichts zu tun eigentlich hat der ingenieur also weißt du der vorteil bei der bundeswehr ist auch wenn man es manchmal nicht glaubt dann macht die ingenieur ingenieur sachen und der arzt macht arzt sachen und dann rennt nicht der in der arzt auf einmal mit den sachen vom ingenieur um vergisst aber die hälfte versuchten versuchte tür aufzumachen wo der ingenieur besser weiß wie es ist dann rennt der ingenieur um repariert alles und weiß dann nicht warum der strom auf einmal weg ist also manchmal ist es ganz cool gewesen bei der bundeswehr so leute jetzt haben wir erstmal nach unten das wasser abfließen lassen ja sehr schön verstanden jetzt haben wir unten kein wasser kann ich zumindest mal gucken ob ich meinen strom war hat den jetzt schon wieder kaputt gemacht dass wir haben einen leck okay das leck mussten wir jetzt stopfen machte als erstes den strom an ich mache keinen strom an in dem raum der voller wasser ist die punkten ich gehe jetzt einfach auf dem aussichtstum und wird dort einfach gucken wir haben gleich ist wieder da keine sorge ich bin dabei ist hier nur wie weitest du kannst du mal bereit machen für 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 ich darf hier nicht aus droben kommt sowie ich trinke mich dafür nicht raus habt der captain gesagt ich muss hier bleiben wer hat sich am opium bedient wer hat sich wer hat sich das morgen wer hat mir mein wasser hier rausgepumpt wer wo ist mein morpheum das war die letzten morpheum überreste ich gehe es gleich uran abbauen und wenn ich wieder komme ist das morpheum hier oben wieder im schrank drin wenn das nicht der fall sein sollte laufe ich mit dem fasserschneider um die gegend herum und dann suche ich in euren leichen nach meinem jetzt haben wir ja wieder strom mein gott ist das super die verteiler kästen sind wieder kaputt da muss repariert werden so zeigst mir wo ach geil ich krieg ein pop-up wo es ist das kriegst du die ganze zeit schon von mir ja ja ich bin dabei nein ah mist jetzt habe ich zu früh gedrückt darf ich jetzt raus und spielen nein wir sind unten auf schiff gelaufen auf irgendwas gelaufen auf grund ja aufs schiff grund sind wir gelaufen hat herzlich willkommen wer hat denn wer hat denn oben die luftschleuse schon wieder voll mit wasser geklappt nicht doch nicht ist alles gut wir haben das abgepumpt das wasser muss ja irgendwie raus und es muss zur pumpe kommen dann geht es raus das heißt irgendwann müssen wir türen öffnen weil sonst kommt es dann nirgendwo raus das heißt es hier kommt zu jogen schon wieder alles voll was hast du dir reingeschoben in die droge sag es so verteiler kästen funktionieren gleich auch wieder langsam aber ich finde ich glaube abhängigkeit 21 prozent das ist doch nicht dein ernst also ich weiß nicht was ihr gemacht habt aber das boot ist nicht mehr steuerbar also wir haben jetzt wieder verteiler kästen funktionieren herr kapitän was kann ich jetzt tun das boot wieder zum laufen bekommen wir checken wir ab ob wir hinten jetzt wieder wasser drin ist oder nicht hier ist auch was darunter unter uns ist die pumpe opium abhängigkeit denke das ist die pumpe ja das ist der aber hier ist alles voller wasser deswegen können wir nicht steigen das ist auch das ist der das ist nicht unser das ist ja ja das brauchen war das ist wir haben nicht mehr unser bug ist nicht mehr voll wir haben wir haben strom sicher aber normalerweise sollte der ballast tank leer werden also eine wasserkammer ist immer nur wasser ja guck mal die pumpe im ballast tank an was mit der ist ja rein raus null prozent ich mach mal auch raus ok ja mach mal die pumpe auf automatisch am besten hast du sie eingeschaltet jetzt steigen wir ja jetzt sinken wir wieder weil wir auf ja ich hab den ich hab den der gemacht und wird mir das so nah so komisch angezeigt es ist in uns herum sind wir wieder steuerbar ja guckt euch das mal an also das ist ja hier ein wert gesagt das ist nur ein chaos so aber jetzt gleich sind wir dann beim der saustoff generator muss noch mal repariert werden es nur bei hachbarkeit 48 die navigations sachen müssen ja bin dabei bin schon daher kapitän ich stehe bei ihnen so an dort und dann können jetzt die raldes und ecke sich die anzüge anziehen schon mal also ich muss sagen ich habe mich zwischendurch nicht gut aufgehoben gefühlt habe angefangen opium zu nehmen ist in ordnung ich brauche abschließbar schrank der kapitän den ich über barriere auch mal ihre statusübersicht monitor wo kann ich noch hin müsste ich hatte sonst einfach sauerstoff generator einfach und sonst sollte erst mal das zeug hier ich muss nicht reparieren doch ah ja das game macht ruhig so ich frage mich warum wir nicht rückwärts fahren können ich muss einmal den sauerstoff generator bitte neu verkabeln und nicht wundern ja wenn dann irgendwann jetzt gerade meckert ich muss den kursen strafe aus bis wir bei einem habitat sind das ist nicht mehr weit weg aber wir kommen nicht rückwärts warum kommen wir verdammt noch mal die rückwärts doch ich nur eins können wir also wie weit ist das dann weg das urangebiet rino hast du vielleicht beim motor irgendwas ich weiß nicht ob das hier in dem spiel geht hast du beim motor irgendwas verkabelt was dann vielleicht sagt dass man nicht mehr zurückgehen kann ich habe dann auf jeden fall wieder haben keinen strom mehr bin dabei warum sind denn die verteilerkästen schon wieder kaputt aber was macht ihr mit meinem strom gar nichts wir haben aber wir haben aber das hilft mal hilfe an dem rino macht mal zusammen den warte mal ganz kurz wie es dauert kurz ich muss kurz alle energie wieder abswacken ich muss kurz alle wieder abswacken wir haben keine energie na alles klar ja ich habe extra eine dose opium für dich aufbehalten aufbewahrt wird wieder repariert verteilerkasten das war der verteilerkasten schuss ich war für ich war beim falschen dingen wusste ich dass der verteilerkasten ist schon krasses gerät ihr die schneidei verkabeln energie ich kann auch lampen und kernreaktoren der kommt jetzt an den kernreaktoren müsste wieder kommen was ist das eigentliche für geräte was für eine frage du hast aber auch ganz schön krasses gerät der mechaniker sind sie nicht elektriker oder bin ich der elektriker wenn ich hier dran gehe kriege ich wie ein stromschlag eine choreo machen also ganz ehrlich ich werde jetzt mal rino als verdächtiger ein markieren das kann ja nicht sein dass der der muss einen auftrag haben das kann doch nicht sein dass der techniker es nicht schafft dass wir keinen strom hier die ganze zeit haben und jetzt auf einmal die verkabelung nicht stimmt dass wir nicht rückwärts fragen können ich kann sagen was das problem ist dass wenn etwas null prozent elektrik hat kann ich nicht mehr reparieren ohne schock zu kriegen das heißt ich muss jetzt gerade wieder alles ausmachen und jetzt gerade wieder erst mal die verteilerkästen reparieren du kannst dazu gucken wie ich das mache und die ecke ist verdächtig für mich ja ganz ehrlich entweder der riemen oder die ecke die frage ich habe jeden ist ja gehalten jeden wer verteilt die kopfschütte ich bin die einzige die was du stehst rum du bist du bist du bist keine verräterin weil du machst nix so strom ist gleich wieder da rechtser verteilerkasten funktioniert auch ich weiß ja nicht was ihr mit meinen geräten macht dass du immer wieder so groben anstatt ihr wieder zurück zu packen ja ich renne gerne damit rum kann ich auch gerne wieder aus dass ich rum nicht geben er kein sauerstoff mehr hat bald sterben lassen also ich wäre dafür dass die rino töten wer ist noch dafür ich kann ingenieurs sachen wahrnehmen nein ich kann keine elektrik machen warum nicht so energie schon gleich wieder da muss als zu blöd dafür ja ich magie ist hässlich so strom ist wieder da sein leid tausende wasser direkte leiter gewöhnt sich warum alles nicht war wichtig strom ist wieder da sein gut können wir jetzt wieder zurück jetzt fahren oder ich gehe mal nach dem motor guck mal der kapitän meckert er dass mein mutter nicht funktioniert ich gucke mal nach dem motor um autopilot nicht und dann sollte auch die maske auf die maske rechts nehmen seinen namen töten wir ihn dann oder was weiß ich nicht ich jetzt zustand aus kraft festlegen ich gehe mal auf kraft festlegen kann manchmal jetzt jetzt haben wir wieder rückwärts ist es richtig oder falsch das ist richtig also jetzt fahren wir wieder rückwärts das gut das konnten wir die ganze zeit nicht leute ich weiß wieso wer hat die verkabelung auf zustand ausgesetzt ich dachte ich habe das in dem zustand in dem ich den motor gefunden habe habe ich wieder gemacht das heißt irgendjemand hatte den das könnte sein dass in all der panik ich habe das in den zustand gebracht in dem ich kannte ich habe jetzt habt ihr jetzt den anzug an ich habe es in den zustand gemacht macht in den ich vorgefunden habe nein noch nicht wir müssen erstmal kurz dran wünschen so ich war das ich bin jetzt eigentlich raus jetzt können die rausgehen hier oben müsst ihr ein da oben ist irgendwo das uran erwarte mal ich gehe jetzt erstmal den anzug das hier ich weiß nicht wo wartet ich sehe euch halt nicht darauf wie weit sollen wir weg sein vom uran ich habe es gar nicht gefunden 30 meter das müsste oben also wenn ihr wie navigiert man unter wasser russer taucher ecke wenn die richtung nordwesten hoch geht da in der ecke irgendwo ist es ich hab's was ist ach da ok ja leute ich gebe ich mache mal die taucheranzüge dass da auch in jeder taucheranzug auch eine sauerstoffflasche drin ist die volles jahr mal wird ja achten und sich nach oben aufrechterhalten und hat inventar hier ein bisschen die teile verlieren also nach und nach hoch leben wie ich sehe also kurze info die drei taucheranzüge die jetzt noch links in den schränken sind sind alle wieder mit vollen sauerstoffflaschen falls ihr welche habt dann sagt mir bescheid ich fühle die euch dann auf also ich habe drei uranerz die türen warum leuchtet die luftschleuse rot weil die auge ist ok wo ist die luftschleuse gegen die mal bitte sofort der kapitän kann das machen damit ich das dann gehe ich mal dieses kaputt achten da ist nichts kaputt kann ich rein was soll denn da kaputt sein ecke sie wird als kaputt angezeigt kann ich da rein haben wir doch hier aber das alles hier oben ist dann irgendwas kaputt sein ich weiß noch nicht was da kaputt dazu gemacht nicht mehr gefunden hoher druck sollen dann noch mehr ärzte sein kapten oder wie viel brauchen wir dass wir haben alle ja mal dann tschuldigung dann könnt ihr alle wieder rein wenn ihr alle rein seid die müssen warten bis die pumpe das weggepumpt hat ja wir sind alle wieder drin dann fahren wir jetzt zum außenposten wir haben zwei quests geschafft wo lehnen ganz kurz anmerken dass ich in dem vorratsschrank links neben den anzügen das eingepackt habe ich habe hier oben als ganz dankeschön alle poli opium um bringt den opium hast du den klassischen einer gewöhnt gewählt wie der die vorratsschrank getan also ich konnte das jetzt mit dem plasma schneider ich habe auch wieder hier mit reingelegt wir haben ja mir zwei schon geschafft ich habe ein paar leere sauerstoffflaschen ich gehe mal zum sauerstoffkinderat oder ist wieder was kaputt das muss man mir da muss man mich bitte informieren ja da muss ich in zukunft mache ich das wenn ihr was brennen oder sonst was sieht einfach kurz den rino rufen ja oder oder selber löschen beim brennen glaube ich sollte man beim brennen ja jetzt kritisch bin zufrieden mit den geräten ja vorsichtig vorsichtig nicht den zweiten anzug von rechts nehmen da ist noch keine sauerstoffflasche drin die sauerstoffflaschen in den schränken füllen sich automatisch auf wenn sie im schrank befinden ja sagt mir das doch einer kann ich ja nicht riechen jetzt sind alle für alle wieder voll alle alle anzüge sind sicher zu nehmen scheinbar mangelt ist hier ein chaos moment leben noch alle ja das ist ja grandios warum herr kapitän haben sie organschäden stumpf ist ich gebe ihnen mal ein häufchen elend vor dem herrlichen kann es mal auch für ein häufchen zu legen ich gebe ihnen mal eine schuss morphium dann fliegen wir jetzt nach hause wunderbar ich bin nie gestorben so also jetzt muss ich von jedem wissen was er braucht eine brechstange ich möchte brecheisen kannst du uns nicht geld zuteilen und wir brauchen schweißgastank schweißgastank ja weil sonst irgendwann unsere schweißgeräte leer sind ich weiß nicht wie wir die auffüllen und wir brauchen eventuell neue brennstäbe weil unsere gehen irgendwann alle alle ja wir sollen auf jeden fall ein paar brennstäbe kaufen dann gehen mal evraldes und ecke geht ihr mal nach links zu den außenpostenleitern da kriegen wir nochmal mission dann können wir das machen ich gehe auf ich mache den links oben also wir brauchen brauchen wir sauerstofftanks nein davon genug brauchen wir roten draht nicht dass ich wüsste was ist denn der saatgutsack ich habe einen sack voll samen schalter können wir leere brennstäbe irgendwie auffüllen oder verkaufen weiß dass einer zu viel aus dem chat was man mit leeren brennstäben macht falls das ein jemand in einen anderen chat von euch rein schreibt bitte mir vorlesen ich habe gerade die chats von euch nicht offen ja hatte ich schon bei mir nicht gelernt unter wasser zu navigieren doch 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 das kann er sehr gut der rangers generell alles was marine angeht ein richtiger fuchs bei jedem spiel ich habe uns da gut durchgeführt wie viel schweißgas dann brauchen wir ich habe erst habe ich habe einfach ein viertel leer gemacht aber ein davon erst mal zu haben ist gut ist das wichtigste haben wir ein schweißgerät noch mal ein zweites schweißgerät wenn ich schlecht ja das nicht zu teuer ist die gehen wann kriege ich mein gehalt ich habe auch keine geldbörse das war sie ja kein angehalt ich bekomme auch kein gehalt ich will mir eine kämpfe kaufen herr kapitän die war im angebot ich schaue gerade mal was medikamente selber herstellen und stahlbarren können wir das hinterher ausbauen das ganze ja wir können wir können das schiff du kannst selber ein eigenes boot bauen mit geld du kannst ein boot modifizieren und so weiter ranger ja hier wo ich bin ich mache gerade so hilfe hilfe ich hätte hier gerne einmal anabolika und antibiotikum wie ein antibiotikum ranger ich will der kappe ist vielleicht doch im raldis die verräterin und hat irgendwie sowas alle medikamente auf brauchen ja also ich habe schon alles bei mir selber gehortet weil sonst ist alles weg ranger ich will eine kappe kapitän ich will eine kappe da kann man eine kappe kaufen kaufen kappe also beim händler bist du beim händler oder nicht bezüglich hier ist opium verbrauchs würde ich bitten vielleicht dreimal opium und dreimal morphium zu kaufen und sie nicht in den schrank zu legen sondern mir auszuhändigen weil das problem ist sonst sind die gleich wieder weg da ist ein brecheisen so ein bisschen ans rubo liefern so im ubo sind jetzt sachen auch schnell hin und sind gleich weg ich bin ich mit der gleichen idee falsche richtung oder ähnliches drin das ist ja ein anderer arzt hauptsache ich kriege meine kapitänsmützer es ist mir egal kriege ich meine kappe meine baseball kappe ist drin aha ist der dritte kaputt wir müssen nachrichtung verbessern erhöht die maximale wieder aufladen rate kann es gut verbessern noch ist kein paket hier angekommen und so dass hier vorne liegen also wir haben noch insgesamt ich mach das mal hier mit dem mineral vorkommen ich verbessere das mal das kostet 2900 aber dafür sehen wir sehe ich jetzt an sehe ich jetzt welche wir können auch andere waffen daran packen ich sehe jetzt welche mineralien wo sind heiße will einen wunderschönen guten tag hier lösst du rein ich bock hier ein eigenes kleines wo zu bauen ich war ganz ehrlich das haben wir gar kein geld wenn ihr fabrikat auf dem ubo habt könnt ihr ausgebrannte brennstäbe wieder mit uran befüllen habe ich an der wüse den kaufen ihr seid jetzt alle auch geheilt analyse ding bitte nicht wieder sachen machen dass ihr nicht mehr geheilt seid so was brauchst du jetzt ecke nee alles du kriegst nichts ich vertraue dir da nicht du hast da irgendwas hast du anscheinend also wenn es geht dann auch schon gibt es ist gegen die opium entzugserscheinung füße also oxy geniet also im groben und ganzen wäre für uns glaube ich nicht allzu schlecht wenn wir gucken enternil kochsalz lösung morpheum jahren stopp kochsalz lösung zweimal wenn es geht vier weitere bandagen opium um morpheum jeweils dreimal das sollte erst mal ausreichen der andere staff da kann ich genau sagen glaube ich die das brauche und davon habe ich noch genug okay ist jetzt ans ubo geliefert vielen vielen lieben dank don martino und für den primestar mach ich mal einmal hier auf laut wir warten ja bis unsere sachen hier aufgebaut werden habt ihr alles erledigt ich habe ja wenn wir auch geld überhaben gedankt schützer so es gibt gerüchte dass auf dem weg von habitations außenposten nach außenposten vorkommen gibt beschaffe acht proben wir müssen erst mal unterwegs acht proben pyromorphit abbauen und dann kultistentransport ja die sind ein bisschen spooky weil die sind so ein bisschen die kirche der hülle will eine gruppe von akkolyten nach außenposten blablub bringen lassen und dafür eine belohung von 1500 marken ausgesetzt einige von ihnen planen möglicherweise eigenmächtig eine vorzeitige kommunion und eine anschließende flucht in die kalte see doch die kirche hatte ich gebeten sie im auge zu behalten und in menschlicher gestalt nach außenposten an dal zu bringen evraldes hast du waffen ich habe einen elektrischen schlagstock und ein messer das reicht du musst du musst dich um die kümmern die der führung aus aber mein elektro schlagstock ist fast alle dann hätte ich gerne was ich habe batterien ich brauchst du eine batteriezelle ja die sind da drin habe ich gekauft so kann ich noch kurz ums geld gehen jetzt haben wir gerade die mission gestartet aber ja freise kunden und bin noch in drei worten den haben keinen strom klugen hier sind die kultisten die weil das du musst dich direkt um die beiden hier kümmern also die musste im auge mal die dürfen nicht die luftschleuse die wollen sich quasi selbst umbringen du musst das verhindern gibst du mir noch eine batterie ja aber ich muss ja auch sie aufpassen ich gehen erst mal machen ich glaube zum schrank kannst du noch kurz gehen weil die sind nicht mehr hier drin ich wusste die batterien hingetan die sind in der kiste davon beim eingang darf ich sie vorher schon haben demonstrieren bei skibi dankeschön 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 wo ich bin ich muss ganz schnell ums eck so ich war mein handy an dann bleib einfach vor der luftschleuse stehen sie noch mal so twitch öffnen ich bekomme alles mit was ihr macht ich habe noch ein prozent strom ich mache es nicht wasserbomben generator habe ich den zementar gelegt warum habe ich eine wasserbombe in meiner hand habe ich gekauft so dann fahren wir mal los die wasser die gelegt mineralien scanner ok ecke du kannst ihren anzug anziehen überall das muss auf die typen hier aufpassen ja draußen ist nämlich jetzt ist das zeug was wir abbauen müssen okay ja wir knallen jetzt in den felsen rein 321 strom weg das weiß ich nicht weiß ich nicht der strom ist weg ich sehe kann nichts mehr hier drin monitoren oder geht der kapitän auch kurz ums eck was aber wir können mich doch nicht mit den kotisten alleine lassen ich habe nicht mehr opium weil ich das weil ich das ich habe das ranger gespritzt wieso hast du ein opium ranger gespritzt sich dann wird er vielleicht ein bisschen lockerer der strom ist alle regnung ja ingenieur ist wieder da ich musste ums eck habe ich doch gesagt ich musste nur eben ums eck bin wieder da strom kommt strom ist wieder da keine sorge also kommt jetzt gleich fährt gerade hoch wo sind denn die brennstäbe die neuen eigentlich wir fahren wir haben so einen komischen kerl denn da die bei uns ist das ist ja ich habe es geschafft ich bin wieder weg mit einem schiff aber das das zeug was ich habe es heute hier vielen vielen dank für die unterstützung skibi und mo dir danke auch wahnsinnig für die unterstützung abwesenheit eindeutig als verräter verdächtigen ich nehme meine aufgabe hier sehr ernst mit den kultisten einer der kultisten ist bei uns im stromraum könntest du die damit dass sie nicht rausgehen okay der darf bei mir der steht neben dem reaktor das macht mir sorgen das ist nicht so die opium helfen zu not betreiben wir sie einfach ich habe auch ein bisschen chlorgas luftschleuse ist da jemand erleuchtet pink oder lila sagen kommen sie mal kurz sie haben frauen augen ich habe aus für den eingehaut kommen sie mal nicht sagen kommen sie mal kurz ich hatte mich aus sagen kommen sie mal kurz mit nicht nach oben nach links bitte sergeant ist nein ich kann die nicht alleine lassen die wollen durch die luftschleuse entkommen ach so ich wollte nur wissen warum ob das hier lila oder pink ist also irgendwas wird mir bei der luftschleuse angezeigt ja es ist leuchtet lila oder pink ja soll ich zur luftschleuse gehen ich denke draußen schon und holen ja ich musste einmal kurz weil du sie hatten kurzfristigkeit strom ja deswegen ist das schiff auf einmal wieder zu strom hatten die andere rechte abgehauen ich musste ich muss hinterher schwimmen dass ich noch ins schiff komme vielleicht angst vor mir weil ich aus was ihn gehauen habe wieso ich bin abgerutscht kannst du mir noch eine batteriezelle geben ich habe keine mehr motor sieht gut aus so hast du keine batteriezelle weil du mir keine gegeben hast ich habe dir drei stück ins inventar gelegt wo in welches inventar ja in deine schnelle ist oder unten ach hier unten es liegt hier auf dem boden auf dem boden lag das nicht in meiner schnelle leiste ich muss gerne mal raus ich hab's gleich muss noch einmal mehr raus dann haben wir alle sachen dabei so kommt kommt der kapitän maßregelt jetzt die sicherheitsoffizieren ja artig nicht euch gegenseitig in den kopf schießen wenn der art nicht an bord ist was haben sie getan ich habe ein auto wie akut ist es ich bin außer des kopf zu stecken sie aus er steckt nicht im kopf steckt im kopf sagt man kriegt eine information wenn einer der verteilerkästen kaputt geht oder muss ich einfach mal verteilerkästen gucken ich kann das sehen aber da also das grün bis rot die ich habe es repariert oder was gehört was ist denn da ist irgendwas das ist das bin ich aus versehen drauf gekommen aber der reaktor der hat nur noch ein fünftiger was machst du mit einem kopf das sieht so aus hat den kopf der halbkopf gar nichts kaputt gemacht so wir fahren jetzt weiter nein geben sie nur einen moment ich habe gleich das kann du musst den kernreaktor reparieren der ist bei 50 prozent nur noch dankeschön das abbauen gestaltet sich manchmal etwas schwierig wir sind kritisch der fall im kopf ist kritisch ich bin jetzt unter der hälfte meines lebens komm nach oben ich fahrze ich so weit heute hier drin bin kernreaktor läuft kapitän kapitän entdeckt der kapitän hat angefangen meine vertreiler ist mein kämpfer jetzt da kannst du auch noch mal reparieren gehen eigentlich wohin die verteilerkästen da ist einer der könnte ein bisschen gebrauchen ja wir sind die rauchen manchmal noch nicht dann sehe ich noch nicht so geht es abgebaut wir können wieder die werden so ein bisschen dreckig okay wie geht es unserem unserem sergeant ich habe ein paar probleme durchs schiff zu kommen ich bin losgeworden ich glaube hängt in der tür aber ich habe jetzt noch ein drittel ja ich komme sie bluten konnte das nur passieren sagen hier schönes ja sie kriegen tatsächlich auch eine ladung morphium das war doch der plan oder die wollte doch nur wieder ihre suchter zieht sich das zeug hier rein wie ich wasser ich gebe ihnen meine ladung opium ist ein bisschen zu stark ich hätte auch gerne ein einholenpflaster und danach ein lolli ja ein pflaster gibt es auf jeden fall hast du jetzt draußen alles abgebaut ecke ja wir können wieder haben wir können wir können wir haben die quest auch schon unten als geschafft oder ja genau festzustellen status gut status gut abhängigkeit jedes mal anders herr kapitän wo ist meine baseball kappe weiß ich nicht ich habe die ich habe die kiste hinterher nicht ausgeräumt welche kiste ich habe die sachen sport sind die beim händler jetzt nein die sind im u-boot aber wo das weiß ich nicht ich habe die 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 das darf der gekauft wurde ich habe vielleicht so nah ein bisschen zu spät angemacht und auf einmal war eine riesengroße gepunktete wand vor uns möglicherweise ja haben wir leck geschlagen massives ich kann auch ich kann die admirals mit macht der minus zehn prozent los hier ist einer von den von den typen tot ich habe mich alles gut ist gestreitet ich glaube die dürfen nicht sterben wer wir haben schaden warum haben wir ihn beschaden aber was tut was was ist denn bei mir ich habe scheiß bis wunde das ist ein anzug an anzüge an anzüge an leute links kommt das wasser warte hinter dir alter überall ist was ist das dahinter was ist das da ich gehe zu meinem arzt kam wir brauchen strom die tür geht nicht mehr zu die tür ist kaputt ich bin dabei gemacht ich habe keine munition er ist gleich tot ich mache das vertraue mir weg da ich schieße und er ist tot und das war schlammächse leck wird gemacht ich habe gar nicht gehauen ich bin mein hals tut weh mir geht es nicht gut eben mir wird schwimmen richtig kann mich nicht mehr bedienen ja du hast kein sauerstoff ecke prio wer das ist wirklich der was ist denn los ich habe nicht rein weil wegen wegen strom ich hatte mit meinem schweißgerät angegriffen soll ich geh mal zum strom kommt zu mir in die heilung kann mir mal bitte jemand helfen mit dem hier ich weiß nicht wie ich kämpfe ich weiß auch nicht die heilen sich wieder die müssen irgendwie heraus die echsen lassen das kultisten ein kultist fängt an zu beißen ich habe auch eine bisswunde okay das ist mit dem kultisten vor uns auch mal hier mach mal mit maschinenraum die tür reparieren rino maschinenraum ist welcher raum ganz haben ganz links wo unser motor ist die rand ich habe schon die tür reparieren einen moment schnell schnell raus die ecke raus 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 ich kann nicht töten nein kannst du nicht er heilt sich wieder okay ich gehe meiner hinten munition suchen was ist das denn bitteschön wir haben jetzt aber mal alien eier in uns gefälligst oder reparieren könntet ihr mir bitte helfen er weiß mich wer weiß mich auch hilfe der kapitän können sie den bitte abschießen ja ich habe gerade munition bringt ihn irgendwie raus packt in einer ecke packt den wenn er so wenn du den packst dann halt er sich meine leiche hat handschellen ich trage den jetzt raus und schmeißen in die fluten ok kann sie nicht tragen schön fragt ihn hoch ich schmeiße jetzt in die fluten ja macht das greifen er ist hier aufgestanden man muss sich final töten nebenbei wenn die auf dem boden legen müsste die noch mal drauf schießen die sind dann nur ko er ist schon wieder alter ecke ist der schlechtes arzt dieses u-boot hat scheiße ist doch wohl nicht wahr man ich hab'n komm her los er kommt nebenbei unser motor funktioniert wieder falls es euch interessiert diesen zum beispiel die sicherheit sicherheits offizier vielleicht kann man den alien hier vielleicht aufgefallen dass ich gesagt habe ich brauche hilfe ich bin gerade kannst du den friends ist aber ich noch hätte wieder geholt werden können in drei minuten wieder ich bin nicht der arzt ich bin nicht der arzt so wir schließen ja unten ein irgendeiner muss was tun friends ist ja du kannst dich anschließen jetzt lassen jetzt lassen jetzt lass die tür doch zu von ihm vor dem steuerraum an geht nicht er kommt raus ich habe nichts um ihn zu töten er gar nicht getötet lass die tür hier einfach muss den final töten da kann man töten du musst den final nicht ich habe nichts zum töten dann holt die revolver munition sie sind wir haben keine mehr weißt du das ist überhaupt eingeladen wer war das der arzt verhält mich ja nicht ich weiß nicht was da passiert ja jetzt wenn der typ mich ein knabbert kann ich nicht heilen den personen beberrankt was ist denn du sagst du sagst denn aus wie deinem emote dein Hals tut weh oh man nie wieder laden diese blöden kultisten großartig ich fand sie toll nein es kommt der nächste kultist auch noch oder ward ja der nächste kultist ist jetzt auch zu so einem geworden wir hätten die einfach ganz ganz schnell wegbringen das meine leiche meine leiche auch wie komme ich komme ich denn wieder ins spiel ich habe mich zum aliens acht scheiße der schlechteste arzt den es in diese auf diesem mond gibt ja das lasse ich nicht auf mich immer die freie ist ist gestorben bevor du hin das ist doch nicht wahr wir haben 1200 gold gekriegt also ich fand uns sehr gut bisher dass wir haben wir haben eine fahrt mit missionen geschafft hey wir haben noch die mission geschafft ja eine fahrt mit missionen haben wir geschafft ihr braucht das jetzt eine mission ist geschafft eine nicht ja aber jetzt ist quasi also einfach weiter nein ich bin ich bin wollen wir wollen wir denn vielleicht auch sandbox macht nur ohne bestimmtes ziel so das ist so ich fand das ziel jetzt gut wir sollten nur die kultisten so lassen mitnehmen und diesmal anders mit ihm umgehen oder ganz ganz schnell die wieder seine seine aufgabe erfüllt hätte zum beispiel auch der arzt dann wäre das glaube ich ganz gut ganz ehrlich das ist hier ich habe hier ich war in allen situationen an berg ja genau das ist ja der fehler deswegen spezialisten kapitän hat mich ausgeschickt zum abbauen von den mineralien ja das ist er kann man auch fertig gegangen ist weggefahren wie häufig hast du gesagt dass du drauf gehst sie freil ist sehr oft und wie häufig habe ich gesagt dass ich ihr nicht helfen kann gar nicht kein mal richtig nicht ein einziges mal aber sowas die freil ist unter sterben sehr gelassen ich habe die zeit genutzt ich habe das problem war dass allen die schusses kapitäns gelaufen sind vielleicht ist das auch ein problem gewesen dass wenn der typ durchdreht und ich habe gesagt ich kümmere mich darum ich bin der sicherheitschef das ist meine aufgabe gewinnen drauf geschlagen habe ich ihn getötet ja nein gestorben an sauerstoffmangel ja nein der ist nicht gestorben dass ich bin gestorben an sauerstoffmangel aber der ja genau der ist nicht gestorben hätten die revolver leute wissen was werden machen müssen werden die ko schlagen müssen und dann rauswerfen aus der luke habe ich habe doch gesagt ich habe handschellen dabei in meiner leiche warum hat nie keiner genommen maximal gefahren stufe ich möchte gerne verräter wahrscheinlichkeit ein bisschen höher haben gefühl ich war schon auf 110 prozent wir hatten keinen verräter wenn er was macht kriegt er nun bonus in der mission könnte man die gefahrenstufe ein bisschen die warum machen wir die denn so hoch ist lustig ich weiß nicht was die gefahrenstufe überhaupt macht ach die verräter ziele das sind die verräter ziele maximale gefahrenstufe was der verräter macht wie gefährliche verräter ziele ausgewählt werden können kann das was kann ich ob ich verräter gewesen bin keiner war verräter sind und zehn prozent dass du kriegst eine info denke ich mal am anfang und keiner von unserer info gekriegt dr ecke ist bereit ich bin die ganze zeit bereit es ist ja mit euch ist das echt als wenn man gegen fünf trader spielen würde wir haben eine mission geschafft weiß wie viele spiele wenn wir zusammen angefangen haben in der wir keine mission geschafft haben ich bin übrigens dafür dass wir das nächsten dienstag weiter spielen